Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht Spoiler frei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Heute mit mir, dem Max und der Carly. Ja, es ist das erste Mal bin ich der Meinung, steile These, dass Christian nicht dabei ist. Der ist sonst bei jeder Folge mit dabei gewesen. Ich habe ein paar Mal gefehlt, aber Christian war immer dabei. Nein, und dafür aber eben heute wieder mit weiblicher Unterstützung hier. Carly an meiner Seite. Ich habe keine Ahnung, welche Folgenummer das hier am Ende werden könnte. Aber heute nehmen wir ihn mal zu zweit auf. Und Carly hat auch ein Filmchen mitgebracht. Und zwar bewegen wir uns heute in den 40er Jahren. Und wir werden jetzt den Film Gilda sichten in den Hauptrollen Rita Hayworth und Glenn Ford. Warum das Ganze? Ich bin gerade in meiner absoluten Classic-Hollywood-Phase und versuche da gerade alles wegzugucken und neue Erfahrungen zu sammeln, wie es nun geht. Und da ich dann auch mal gerne in so einen Hintergrund gucke, komme ich dann auch über verschiedene Schauspieler und Schauspielerinnen, die auch mal so kleine Ikonen sich dargestellt haben. Und da bin ich auch über Rita Hayworth gestolpert und habe gedacht, Mensch, dafür, dass sie so einen guten Ruf hatte und auch so ist das Sexsymbol der 40er Jahre galt, hast du mit ihr eigentlich noch nie was gesehen. Und die erste Aushängeschild ist die Gilda. Und das möchten wir doch heute mal prüfen. Deswegen habe ich den Film mitgebracht. Ja, für mich auch eine Neusichtung, eine Erstsichtung. Ich kenne ihn auch nicht, Rita Hayworth und Gilda sind mir so dezenten Begriffe im Sinne von, ja, habe ich schon mal von gehört, aber keine Ahnung, noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt und ich würde sagen, ohne große Umschweife, füllen wir ab. Ja, dann mal gucken. Und schon ist Gilda wieder vorbei. Du grinst ganz toll. Ja, was wir vorhin nicht gemacht haben, oder wo ich ganz schnell drüber hinweg gehüpft bin, ist, warum gucken wir den Film eigentlich? Also gut, du hast gesagt, deine Klassik-Hollywood-Phase und Entdecker-Phase und, nee, genau, nicht warum wir den gucken. Oder möchtest du jetzt noch was sagen, warum? Ach, wird mal weiter. Gut, dann würde ich die Frage nämlich ändern in, was wir eigentlich erwartet haben von dem Film. Und dann kommen wir auch wahrscheinlich ziemlich schnell zu, was wir bekommen haben. Was war denn eigentlich so deine Erwartungshaltung? Also um deine Frage als erstes, die Frage nach vorne zu beantworten, versuche ich jetzt mal weiter zu handeln. Zum einen, ich habe ja gesagt, dass ich von meiner Klassik-Hollywood-Phase war und bin und mir deswegen ganz viele schöne Filme zugelegt habe aus der Zeit. Und weil ich immer so neugierig bin, auch mal auf diesen Gossip-Zeiten Hollywood zu sagen. Was wäre denn für dich Klassik-Hollywood so zeitmäßig, sag mal? Also Gefühl einfach nur, ich habe auch keine genaue Ahnung. Fünfziger, Fünfziger, ich komme noch an, Sechziger. Also ich verbinde das immer mit gewissen Schauspielern tatsächlich auch. Und bin ja eh so ein Mensch, der ganz stark nach Schauspielerinnen und Schauspielerinnen geht, was die Filmauswahl angeht. Und näher mich jetzt halt daran. Bin halt aufgewachsen, halt in diesen klassischen Rock Hudson, da war es die Filme, Cary Grant, Audrey Hepburn. Und näher mich jetzt mal an Leute daran, wo ich den Namen kenne, aber dann halt mich nicht so unbedingt so genau auskenne. Und habe dann halt auch um mich, so jetzt wo ich meine Audrey Hepburn-Phase hinter mir hatte, nochmal ihre Biografie gelesen. Und da kam zum ersten Mal das Wort Gilder vor. Und zwar als Theaterstück, das sie erstmal ganz viel gespielt hatte. Und dafür sozusagen auch eine gewisse Reputation aufbauen konnte. Und daraufhin habe ich mir dann halt noch verschiedene Filmdokumentationen angeguckt, auch über die Star-Biografien. Und da waren unter anderem auch Rita Hayworth bei. Und da habe ich festgestellt, dass ich zwar aus ihrem Leben recht viel Gossip hier an der einen und einen schlimmer gehört hatte, aber tatsächlich einen Film von ihr nicht gesehen hatte. Und eins der absolut namhaften Filmwerke mit ihr war einfach Gilder. Und da dachte ich, naja gut, das muss ich mir zulegen. Und das Einzige, was ich halt überwieder in kleinen Anleitungen in dieser Recherche mitbekommen habe, ist, dass eigentlich Rita Hayworth so in den, ich sag jetzt mal, 40er Jahren so als eine der Sexbombe-Bomben der Zeit galt. Nach diesem Film kann ich überhaupt nicht verstehen, warum. Ja, allerdings. Und dass sozusagen den Ruf der Sexbombe aufgrund dieses Erfolgs von Gilder erhalten hat. Und das war das Einzige, was ich tatsächlich vorher wusste. Und hatte demnächst noch gar keine Forschung, wo die Reise überhaupt hingeht. Und war einfach nur, dass sie sich überraschen und lernt mal die sexy Rita Hayworth kennen. Du wolltest also nur deine niederen Instinkte befriedigen hier mit diesem Film, ja? Ja, sie wollten auf jeden Fall mitreden können, sagen wir es so, ne? Ja. Wie ist dein Vorwissen oder deine Erwartungshaltung sozusagen gewesen? Ja, also ich hatte es ja ganz am Anfang kurz gesagt, also der Name Rita Hayworth ist mir vertraut und auch der Titel Gilder schon mal gehört. Aber ich habe eigentlich nicht gewusst, worum es geht. Mein Gedanke war, ach, das ist irgendwie so Drama-Liebesfilm-mäßig und, ja, dass da eben diese Star-Power ordentlich dran zieht. Äh, und dann habe ich hier so einen Klacherfilm bekommen. Ja, du hast noch ganz schön viel gelacht, muss ich sagen. Ich habe nicht im Ansatz damit gerechnet, dass das so ein gigantischer Film, oder dass der Film mich so umpustet. Aber das haben wir ja oft hier in diesem Podcast. Hinterher sind wir immer schlauer. Und, ja, ich meine, im Endeffekt ist es ja ein Liebesfilm, ein romantischer Film. Äh, aber wir haben ja jetzt auch hier nochmal ganz kurz hinten dran nach dem Film, äh, wir haben die deutsche Blu-ray gesichtet von Sony. Und da ist noch drauf, äh, Buzz Lerman und Martin Scorsese sprechen über Gilder. Und, äh, gerade der Musical-Director Nummer eins sozusagen, der Buzz Lerman, der, äh, schweigt ja auch so ungeheuerlich von diesem Film. Und das ist tatsächlich, kann ich jetzt sehr gut nachvollziehen, warum. Also für mich war das eher so ein, ja, das ist eben so ein Film, über den alle mal irgendwie reden, oder den, von dem jeder mal gehört hat. Aber gesehen, selbst gesehen ist immer noch mal was anderes. Aber jetzt muss ich sagen, wenn mich mal jemand fragt, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen sofort, guckt den erstmal, guckt den erstmal. Und das empfehle ich auch allen Hörern gleich nochmal jetzt. Wenn ihr irgendwie die Chance habt, Gilder zu sehen, vielleicht auch über Streaming-Angebote oder sonst wie, äh, tut das. Und dann könnt ihr gerne hier weiterhören, ihr könnt natürlich auch erst hier noch hören und dann den Film gucken. Ähm, ja. Also ich, mich, mich hat das so, äh, fasziniert, dieser Film. Ich hab ständig gedacht, und das ist wieder mein, mein tolles Ding, ich kann jetzt kein konkretes Beispiel nennen, wie viele super geschriebene Dialoge da drin sind. Also diese, diese Wortgefechte da ständig, diese Sätze, hab ich echt gedacht, oh, wow, das ist so auf den Punkt. Das ist eigentlich auch übertrieben ganz oft oder viel zu deutlich, wo ich denke, jaja, das ist jetzt die Drehbuchseite, ich hör nur die Drehbuchseite, ich hör vielleicht gar nicht gerade die Charaktere. Aber das ist einfach so dermaßen gespielt, inszeniert, das funktioniert einfach so supergeil, weil ich glaube auch, ähm, dass dadurch, dass auch die Inszenierung so dermaßen sitzt, einfach irgendwo zwischen, äh, es ist halt, ähm, ja, Formulierungssache. Ist irgendwie so ein fantastischer Ort, oder so ein, ein Ort, wie es ihnen wahrscheinlich irgendwie gegeben hat, also die Geschichte spielt ja eben in, äh, Buenos Aires, ne, Buenos Aires, ja, in der argentinischen Hauptstadt, äh, und irgendwie glaube ich aber auch immer so stilisiert und, und zurecht gemacht, dass, äh, und ich bin ja nun mal so, 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 so jemand, der, dem sofort die Sabber aus dem Mund läuft, wenn's eben losgeht mit Schattenspiele und Kameraarbeit und sowas, und das ist ja einfach der Hammer. Äh, äh, das mal so ganz kurz zum Einstieg von mir, wie, wie, wie ging's dir denn nach dem Film, oder auch während des Films, was, was ist denn, fandst du ihn auch gut, oder warst du nicht so angetan? Ähm, also ich muss dir ehrlich sagen, ich fand, äh, ich fand ihn auf jeden Fall gut, aber ich muss ihn auf jeden Fall noch auf mich wirken lassen, ähm, mein erster Yeah-Faktor war eigentlich schon die ersten drei Sekunden, weil ich dachte, oh ja, der Schwarz-Weiß, oh, ich liebe Schwarz-Weiß, ich hab, ich hab, ich finde Schwarz-Weiß immer so eine gewisse Atmosphäre, sondern ich, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist einfach, die Atmosphäre, die ist einfach so, oh, einfach klasse, ich liebe es, ich liebe es einfach, das zu sehen, und, äh, das hat schon sozusagen so eine gewisse, ich sag jetzt nicht Film-Noir, oder, so eine gewisse stilistische Atmosphäre aufgebaut, auf die ich mich super gefreut habe und auch gleich eingetaucht bin. Ähm, ich, nachdem ich jetzt, nachdem ihr jetzt schon gesagt habt, ne, mit Rita Hayworth, wie gesagt, die kennt man, äh, hatte ich dann auch gesehen, dass ja Glenn Ford mitspielt und in der ersten Szene gleich die erste Schwarzspieler eingeblendet wird, das ist jetzt auch da, ja, ist jetzt Glenn Ford, weil Glenn Ford kenne ich zwar vom Namen her und ich hab den auch immer so mit der Western-Welt verbunden, meinen letzten Anwissens nach, ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt, bin aber der Ansicht, ich bin eigentlich überzeugt davon, dass ich mit dem vorher noch nie was gesehen hatte, das war sozusagen auch meine Premiere heute mit ihm, äh, und den konnte ich am Anfang gar nicht so richtig einordnen, ich wusste am Anfang auch nicht, wo die Reise hingeht, ob der Film sozusagen sozusagen eine Ménage à toi, äh, sozusagen verwandelt, oder ob ist es überhaupt eine Ménage à toi, aber das ist eigentlich nur so ein Hin und Her zwischen zwei und der andere ist einfach nur außen vor, aber, ähm, bevor wir jetzt weiter in die Materie gehen, würde ich eigentlich mal sagen, dass wir vielleicht noch mal kurz eine Erinnerungshingabe so machen, damit erfolgt. Ja, gerne, versuch dich, also, ja, mach. Ja, ich nehme die Ehre gerne an. Du wolltest, wenn du das machen möchtest. Ich, 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 ich muss dir sagen, ich hätte ja voll glücklich, halt auch hier sozusagen was auf dem Klappentext von meiner Bluby steht, und, ähm, ich, das wollte ich, das, da kannst du, ja, da kannst du, ja, da kannst du auch gerne gleich den Senf dazu geben, ähm, kurz in Knackigstahl erschüttert eigentlich, dass der Hauptdarsteller, der Mr. Farrell, gespielt von Glenn Ford, ähm, aufgrund einer ungeglückten, Liebesbeziehung, äh, außerhalb den Amerikanern, die nach Buenos Aires auswandert und in Neustadt fahren möchte und sich dort ein bisschen im Glücksspiel versucht, weil das sozusagen sein Faible ist und dort einen reichen, wohlhabenden Mann kennenlernt, der selber auch ein illegales Casino leitet und sozusagen seine rechte Hand wird mit der Zeit. Und die beiden, äh, entwickeln eigentlich eine relativ schnell eine enge Freundschaft, weil sie halt auch die gleichen, äh, ich sag jetzt mal, Grundsätze verfolgen, das heißt, äh, Glücksspiel ist alles, Treue auch, aber Frauen gehören Glücksspiel gehörnig zusammen als Beispiel, was auch sehr verbindend ist. Und dieser, äh, sozusagen wohlhabende Casino-Besitzer verschwindet vor ein paar Tagen und ergibt ihm da die Leitung und bringt dann sozusagen seine neue Frau mit, eine, ich sag jetzt mal, ja, recht schnell geheiratete Femme Fatal. Und beauftragt dann Mr. Farrell sozusagen auf sie aufzupassen und ein Auge drauf zu geben. Was denn der Herr aber nicht weiß ist, dass das genau die Frau ist, von der aus Amerika geflüchtet ist. Und beide versuchen das sozusagen so unter den Teppich zu kehren, aber der Herr, ich versuche mal seinen Namen zu beschriften, weil ich nicht weiß, wie er heißt. Bellen Manson. Ja, ja genau, danke. Das ist auch wieder so viel. Was ist das für ein Name? Ja, Bellen Manson, ja genau, der kommt natürlich relativ schnell dahinter und dann spinnen sich die Probleme ihren Weg. Und, ähm, ja, das hatte ich gelesen, dass, äh, da hab ich gesagt, oh, das kann ja spannend werden und hab mir erst mal gedacht, als ich das gelesen hatte, naja, mal sehen, wie die Inhaltsangabe tatsächlich ist. Aber mein erster Gedanke, der mir in den Kopfschloss ist, Mensch, da hat sich Tarantino by Pulp Fiction ja so ein bisschen bedient, ne? Also das war so das erste, wo ich dachte, Moment mal, die Storyline, äh, kommt mir doch sehr bekannt vor. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie geht es dir? Ja, ich möchte, ich möchte den letzten Satz der Blu-Ray vorlesen, weil ich den so unheimlich daneben finde. Das Satans-Vibe macht ihm das Leben zur Hölle. Eieiei, teuflisch gut. Äh, ja, für mich, äh, also ich hab jetzt versucht zu lauschen und zwei Anmerkungen zu den Inhaltsangaben. Also für mich war erst mal dieses, der Film heißt Gilda, Rita Hayworth ist auf dem Cover und dann fängt mit Glücksspiel an von irgendeinem Typen, der sich halt durchschlägt mit seinen gezinkten Würfeln und der trifft dann, holt ihn so ein anderer Typ, der total vor dem scheint, aus der Gosse kurz davor überfallen und ermordet zu werden. Und ich denke, ja, was hat das jetzt mit Gilda zu tun? Wann kommt die denn mal? Und das ist die ganze Zeit so, äh, hä? Das führt natürlich dann auch zu einem sehr schönen Effekt, wenn sie dann auftritt. Aber ich hab so die ganze Zeit gedacht, ja, ich hab echt überhaupt keine Ahnung, worum dieser Film sich eigentlich dreht. Ich dachte, es geht um die Frau. Und dann, aber hab ich so, und das war der eine, und der andere Gedanke war aber natürlich auch, ja, okay, hab ich eigentlich kein Problem mit, weil dieses, dieses, äh, irgendwie Glücksspiel und, oh, Schattenwelt und, na, das könnte auch mein Fall sein. Und das andere, was du gesagt hast, war, dass, aber da kommen wir wahrscheinlich dann noch später eher dazu, dieses Thema, dass er damals vor ihr geflohen wäre, hast du gesagt, ne? Ja, genau, er hat nicht geflohen, dass er sozusagen, äh, eine Liebesbeziehung hat, die gescheitert ist und, äh, deswegen ist er, hat er jetzt, ja, damit das hinter sich zu lassen, weil er jetzt Neubeginn woanders wagt. Und das ist halt, sie ist halt der Grund gewesen, weswegen sie, weswegen er einen Neubeginn wagt. Aha. Okay, ja, ich glaube, da kommen wir später zu, weil, werfe ich nur jetzt kurz ein, weil ich der Meinung war, äh, was war ich? Also, ja, was war deine Meinung, Max? Ja, ich überlege gerade, hat er sie verlassen oder hat sie ihn verlassen, äh. Na, das wird ja nicht, wenn ich so gesagt, die schieben sich ja gegenseitig bei den Schwarzpeter zu, das ist ja das Spiel, das Spiel ist ja schon da. Ja, das ist ja, das ist eine tolle Sache in diesem Ding. Naja, auf jeden Fall, genau. Johnny Farrell wird eben rechte Hand des Casino-Besitzers und dann jada, 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 Intrige, Liebe und Nazis und wer nicht noch alles mitmischt und die argentinische Polizei. Ja, wer nicht alles da mal rumguckt, ne? Das Abenteuer entspinnt sich und das ist glaube ich auch schon einer dieser ganz großen Kniffe der Geschichte, weil hier, was Lerman hatte eben auch so gesagt hier, ja, das ist ganz großes Melodrama eigentlich und so auch frei und offen und direkt auch in die Kamera gesprochen, dass du eigentlich quasi gar nicht ernst nehmen kannst oder das ist einfach so überzeichnet und so groß ist, aber das macht natürlich auch das Kino aus, eben so überlebensgroß zu sein. Was aber eben vor allem dazu kommt ist, dass man natürlich sagen könnte, es ist halt so eine Dreiecksgeschichte irgendwie von dem kontrollierenden reichen Typ, der aber, der sie auch, der von ihr besessen ist, aber zu dem sie überhaupt keine Bindung hat und dem eigentlichen Liebespaar, aber was eben das Ganze so ausmacht, ist diese völlig absurde Situation, in der die Welt steckt. Sie sind alle eben hier, sie verstecken sich ja quasi hinter einem Spiegel, also das Casino erreicht man durch so eine Spiegeltür und dahinter ist so diese andere Welt, da geht eben noch eine andere Welt auf und das alles in den Spiegeln und gerade Spiegel sind auch was, wo Gilda in den ersten Szenen so ganz oft mit gezeigt wird, wo ich so dachte, boah, wie haben sie die Kamera positioniert, dass du jetzt Spiegelbild da siehst, sie im Bild siehst, aber die Kamera nicht mal ansatzweise. Aber gerade dieses Bild ist, ja, hier ist eigentlich Spiegel, aber du kannst da durchgehen und das hat eine dieser ganz vielen Symbole, die hier drin stecken, wie auch allgemein so diese ganzen Dialoge, die eben nicht sagen oder nicht konkret eben das sagen, es geht ständig um Sex und wollen wir uns nicht treffen oder sonst wie und es darf aber nicht gesagt werden und was dann eben alles da, was man sich eben alles einfallen lassen muss oder was man sich eben einfallen lassen hat. Und das ist ja was, was heute in dem Sinne ja völlig verloren gegangen ist, weil du kannst alles machen und wie willst du da eben noch so was, oder dann trotzdem noch so was Punktiertes hinzukriegen, ist sowieso immer noch sehr schwer, aber jetzt eben gleich doppelt und dreifach, weil es in dieser Form schon gemacht worden ist, auf ultra hohem Niveau und ja, sehr beeindruckend. Wie geht es dir denn mit der Welt, in der dieser Film spielt, also dieses Casino als Hauptort, wir sind in Argentinien, ja, sowas. Ja, letztendlich hast du ja gar keine Außenaufnahmen richtig, das ist ja wirklich, eigentlich wirst du nur im Casino, also zu 90% gefühlt im Casino und die restlichen 10% im Haus von Berlin und Gildau oder davor. Ja, und das eine Mal eben mit dem Flugzeugplatz, ne, aber. Naja, oder gut, oder vielleicht nochmal hier das Hotel Centenario zweimal kurz, aber auch nur, das ist ja auch nicht mal 30 Sekunden gefühlt. Ja, es wirkt ein bisschen surreal, einerseits, das ist natürlich das verbotene Casino, aber es wirkt irgendwie alles so normal, das ist irgendwie so, macht sich keiner Gedanken drum, das ist einfach illegal, das ist einfach das Normalste der Welt. Und am Anfang, also ich muss mal kurz, was ich noch einbefügen wollte, jetzt ist ja die, dass der Film sich ja Zeit, bis er Gildau sozusagen vorstellt und in der Zeit widmet er sich halt komplett dem Vorstellen von Farrell und Valen. Ähm, und halt auch, die baut auch langsam deren Beziehung auf und ich finde halt, was relativ schnell, ja, deutlich wird, ist halt, dass Farrell halt sehr keck ist, der weiß ich halt, ist so ein Kämpfer, der kann sich halt, der kann sich aber jetzt durchschlingeln, der ist jetzt nicht so einer, der auf den Mund gefallen ist, der ist auch der, der auch was gefährlich ist oder irgendwie Gefahr droht, der kann sich verteidigen, dann würde jetzt auch gerne mal Fäuste ein, also ist halt ein Normaler und, äh, da diese eine Figur von, ich habe schon seinen Namen vergessen, Onkel Tio oder Onkel Pio, genau, der halt sozusagen, ähm, äh, äh, den Eingang zum, äh, Casino bewacht, wo als Wäsche sozusagen, wo sie alle nochmal schick machen können, äh, 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 das ist so der Ort des Gossips und der sagt dann gleich von vornherein, ja, du wirst ein durchschließlicher Typ hier, du wirst nicht höher kommen und zieht ihn halt auch immer ein bisschen auf, dieser Humor mit ihm auch, das ist auch so ein schönes Zusammenspiel mit den beiden die ganze Zeit und, und, äh, Farrell, der sieht sich eigentlich gar nicht so, der möchte eigentlich auch nach oben, der denkt an die Qualitäten und der kriegt das ja auch hin und, äh, was für mich jetzt zum Beispiel, war für dich jetzt zum Beispiel klar am Anfang mit Bellen, äh, nur weil am Anfang, der lässt sich kennenlernen, sagt er ja auch, Bellen, ja, ich bin ja selber ein Spieler und ich erkenne jemanden, der es, der es auch kann und deswegen, ich sehe das in dir und der erste Auftrag ist, im Casino ist ja, dass Farrell reinkommt und sich das erstmal ganz hoch anguckt und dann zieht er ja erstmal die alle gehörig ab, ne, bis er dann hoch zum Chef gebracht wird und dann feststellt, dass Bellen der Chef ist und der eben auch gleich warnt, nee, 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 so nicht hier, mein Lieber, ne, ich hab mich nicht hier geholt, damit du mich aufs Kreuz legt, ähm, und da finde ich halt ganz stark die Szene, dass in Farrell dann sagt, na, ganz selbstbewusst, nenne ich mal mit einem Schimmer der Angst irgendjemand, na, wieso, ich kann's, so besser, wenn ich jetzt für dich das mache, als wenn du mich, als wenn ich dein Gegner wäre, so besser, wenn ich öfter, wenn ich für dich arbeite und andere Leute abziehe, als dass ich, äh, ja, dich jetzt weiter abziehe, ne, das ist ja auch so, 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 krass, also so frech auch in diesem Moment, ne, und dann wollte er noch, Bellen noch ganz entspannt sagen, na ja, gut, dann, äh, hab ich Zeit, darüber nachzudenken, und er so, ja, klar, ein oder zwei Sekunden, ne, das, das, das ist auch sehr geil, und dann erstmal rausgeht, und dann den einen, der ihn sozusagen hochdrapiert hat, ins Büro, erstmal eine verpassen, sagt, nö, nö, so nicht, mein Lieber, ne, als wäre es halt normal zu der Welt, also das finde ich halt auch sehr, sehr stark inszeniert, hat mir sehr, sehr gut gefallen, und in diesem Moment fand ich halt auch, das ist wirklich so, alles wirkt so in einer Casino, so gestochen, so gehoben, so Elite, mit Krawatte kommst bloß rein, richtig schick und edel, und, äh, ja, Farrell, der nicht der Durchschnittstyp sein möchte, aber er durchschnittst mit ist, der sitzt erstmal da im Büro und haut ihm einen auf die Nuss, ja, also, das fand ich auch stark gemacht, das war für mich so die Frage gewesen, ja, aber jetzt mal ernsthaft, ne, wieso, sagt dann Berlin in diesem Moment ja, ne, warum sagt er, okay, du arbeitest für mich, ich gebe dir die Chance, was ist deine Motivation, wie hast du denn das gesehen, die Szene? Das hat auch sofort geklickt, also, er versteht, ja, das ist ein, der weiß, also, im Betrieb des Glücksspiels weiß dieser Typ, was er macht, das spricht schon mal sehr für ihn, er lässt sich nicht so leicht übers Ohr hauen, er kann sogar seine Fäuste einsetzen, das ist für mich so, ja, ein fernes Echo von ihm ist Han Solo für mich, also, der auch, glaube ich, sein Herz am rechten Fleck hat, aber der auch eben es mit dem Gesetz nicht immer so genau nimmt und sich eben durchzuschlagen weiß, und das ist, glaube ich, was ihn da auch imponiert, einerseits würde ich sagen, dass Farrell in dem Moment eigentlich in so einer, was habe ich denn zu verlieren, Situation ist, ne, also, wenn er mir den Job nicht gibt, ja, dann gibt den Termin halt nicht, aber ich kann nur so, gib mir mal den Job, was, hab ja nichts zu verlieren, also, ob er den nun nicht hat oder nicht hat, ist gleich, aber wenn er ihn kriegt, wäre natürlich geil, so, und ja, ich glaube, was du sagst, eben sein Auftreten, diese total selbstbewusste Art, dahin zu gehen, zu sagen, ja, so, zack, zack, so ist es, und tödödödöm, wo ich mir halt überhaupt nicht sicher bin, ist, ob und inwiefern bellen, diese ganze Sache, und das bleibt ja auch offen, äh, nicht selbst irgendwie da noch die Fäden in der Hand gehabt, also, wie er vielleicht auch von beiden, von Gilda und von, äh, Farrell gewusst hat, irgendwie, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, da kommt noch mal irgendwie was, ja, ich wusste von Anfang an, ihr seid so und so, oder, also, er wirkte für mich so organisiert und so auch, äh, eben, er hat seine Machenschaften und zieht hier die Fäden und weiß, was er tut, äh, dass ich auch da geglaubt hätte, na, der weiß doch irgendwie mehr, oder so. Ja, stimmt, er wirkt schon sehr berechnend, also, da gebe ich dir recht, und ich finde, er lässt sich auch nicht in die Karten gucken, ne, er ist sozusagen der Elegante, der hat ja für sich gesagt, halt, ich möchte die Welt regieren und ich schaffe das auch allein, und das strahlt er halt auch aus und hat halt in diesem, seiner Ausstellung auch eine extreme Kühle auch drin, also, dass immer zu betonen wird, dass er Gilda so vernarrt, dass wir ein Ziel mit ihm, warum nichts anfangen kann, finde ich halt auch immer wieder krass, das ist so, ja, das wird ja immer durch Färbel betont, ja, sozusagen, ihn, sich anmaßt, ihn am besten zu kennen, ne, aber ich finde persönlich, mal abgesehen von diesem Kontrolls, von wo warst du jetzt, wo bist du jetzt, kommen jetzt keine Emotionen nur tatsächlich rüber von Berlin, also, ich finde ihn ja trotzdem sehr kühl und abgeklärt, und wenn ich denke, naja, warum hast du sie jetzt eigentlich geheiratet, ne, also, das ist jetzt so, ja, was ist jetzt deine Motivation, also, ich kann das schon verstehen, dass du, was du siehst, also, ich hätte den Gedanken tatsächlich nicht gehabt in diesem Moment, sage ich dir ganz ehrlich, und mein Gedanke war halt, ja, es ging halt schnell, und ja, wo soll die Reise jetzt hingehen, also, wenn er sie jetzt heiratet, äh, warum muss, warum soll denn er von Färbel auf sie aufpassen, warum, also, das ist so, hm, aber das kann natürlich ein guter Trick sein, da hast du recht, ja. Naja, Färbel soll auf ihn aufpassen, weil halt, äh, Bellen selbst ja genug zu tun hat, so, mit seinen Geschäften und so, und sich das alles kümmern muss, und die Frau, naja, die sind zwar wichtig und so, und die soll natürlich eigentlich auch kontrolliert werden, aber, äh, ohne die, wenn die Geschäfte nicht laufen, dann läuft auch alles nicht mehr, oder, nämlich, auch er ja eine total starke Rolle, also, auch, äh, das, weiß ich gar nicht, ich behaupte, es war das, äh, Make-up, dass er hier auch diese Narbe hatte, an der, an der rechten Seite und solche Dinge, also, das war, weiß ich, aber ich jetzt gar nicht überlege, ob der Schauspieler es tatsächlich vielleicht hatte, und damit dem Ganzen nochmal so einen super Look verleiht, aber ich, äh, weiß es eben nicht, ich weiß auch, bei Glenn Ford habe ich auch kurz überlegt, ob ich nicht hier irgendwie mal zufällig über irgendeinen Western mal auf ihn gestolpert bin, aber ich habe es, wenn, dann nicht jetzt bewusst im Kopf, ja. Also, ich finde auf jeden Fall krass, dass Bellen, also, Bellen wirkt ja an sich, wenn man darüber nachdenkt, er war von Anfang an sehr gefährlich und angstentflößend, ne, auch neben seiner Eleganz, allein schon durch seinen bester kleiner, für seinen kleinen Freund, ne, dieser, ich sag jetzt mal, Spazierstock, der auf einmal mal in der 20 Jahre wieder lange Klinge erweist, ne, also, äh, das zeigt ja eigentlich schon, dass er in der Hinsicht schon mit allem was dann gewaschen ist und sich auch verteidigen kann, ne, und eine gewisse Gefährlichkeit darstellt letztendlich und im Laufe des Films kommt ja auch immer mehr seine, ähm, Verhältnisse, sag ich mal, sein Verhältnis für Mafia und ähnliches raus, so zu den Nazis, also, es ist ja schon auch nicht eine leichte Welt, in der wir uns bewegen, das ist ja auch eine, wo sozusagen bei Verrat gleich nächsten Tag, ähm, ja, im Tod enden könnte, ne, also, es ist so ein... Finde ich übrigens einen sehr interessanten Punkt, so dieses, ne, äh, für mich war auch so, ah ja, Südamerika, da haben sich dann ja auch einige Nazis später abgesetzt nach dem Krieg und so und leben vielleicht auch heute noch ein paar da, äh, und dann eben dieses, ja, ein Mann kann eben, wenn er die Welt, äh, regieren will sozusagen, oder wenn er die Welt, äh, die Macht über die Welt an sich reißt, die Weltherrschaft, meine Güte, wenn er die Weltherrschaft an sich reißen will, ein Mann alleine, so, ja, und jetzt verhandelt er mit den Deutschen, also, oder dass die das dann auch gerade nochmal so erwähnen, dann der eine, wo ich so sagte, ja, das ist ja ein sehr, äh, weiß ich gar nicht, ob das sarkastisch oder tiefschwarzer Humor ist, oder so, aber so dieser Kommentar, ja, genau, gut, dass die Deutschen in diesem Film nochmal sagen, ja, einer will hier die Welt beherrschen, ja, genau, das ist auch so ein Punkt, aber es stimmt schon, ne, also, er, sein ganze, sein ganzer Charakter und so, ich meine, das ist natürlich auch klar, soll eben den Kontrast darstellen, eben zu Farrell, ähm, und das gelingt aber auch sehr, sehr gut, ja. Ich finde aber, ehrlich gesagt, die Beziehung von Farrell und Berlin auch unglaublich spannend, also, ich finde, also, ich frage mich teilweise, also, ich finde, ja, ich finde, die haben wirklich Vertrauensamt, ich habe das Gefühl, die sind Vertrauensamt wirklich nur einander, sonst, da kommt kein Dritter rein, die sind wirklich, das ist eine feste, ist eine feste Freundschaft, weil die halt nach den ähnlichen Maßstäben leben. Ähm, ich habe mich teilweise auch gefragt, äh, sozusagen, bis bevor, also, bis zu dem Zeitpunkt, bis, wo Gilda auftaucht, wie viel Zeit schon vergangen sein mag. Also, ist das jetzt eine Woche vergangen, ist da jetzt ein Jahr vergangen, also, wie tief ist die Freundschaft schon, ist die schon gefestigt, ist die sozusagen noch in den Anfängen, ähm, wie ist das, weißt du? Also, deshalb wird, das wird mich mal interessiert. Ja, und auch da ist bei mir immer, also, ständig habe ich irgendwie so diesen leichten Zweifel bei mir gehabt beim Seelen und so, ist das jetzt echt oder spielt er vielleicht auch noch irgendwie so ein bisschen mit ihm und natürlich nutzt er ihn auch so ein bisschen aus, sonst hätte er eben ja gesagt, das und das ist mein Plan hier, ist gerade ein bisschen schiefgelaufen und dödldl, ich muss jetzt mal fliehen und komme dann wieder. Ja, gut, aber da war ja gut auch, ne? Aber für mich bleibt positiverweise manches noch so lange Zeit eben in der Schwebe oder nicht ganz hundertprozentig klar. Also das ist auch so eine Sache. Wie war denn für dich eigentlich so, hast du den Film mehr mit aus Johnnies Perspektive mitgeguckt? Also im Sinne von, er ist ja auch der Erzähler und durchbricht eben die vierte Wand, er spricht uns ja ständig an. Oder doch gleicher Teil vielleicht auch aus Gildas Perspektive gesehen. Das habe ich mich zum Beispiel durch mal gefragt. Also ich glaube, ich gucke mehr so aus Johnnies Perspektive. Wie ist es eigentlich, wenn ich aus Gildas jetzt versuche, das noch mehr anzugucken? Und ja, wie ging es dir damit zu? Also ich habe tatsächlich auch aus Johnnies Perspektive am Anfang geguckt, als dann sozusagen die Kehrtwende des Films kam, also sozusagen zur zweiten Hochzeit. Da habe ich tatsächlich die Perspektive gewechselt. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich selber eine Frau bin. Also dass ich dann wirklich in diese weibliche Sache reingepft bin, weil ich so dachte, was hat der denn jetzt? Also irgendwann ist ja auch mal gut. Nee, das sollen das. Ja, also am Anfang, ich finde auch diese, was du schon sagst, mit der vierten Wand durchbrechen, finde ich auch mal spannend. Ich sehe das auch mal total gern. Das ist ja auch mal was für mich. Da freue ich mich ja auch immer, wie ich das höre. Und das ist ja auch ein klassisches Stil mittel so der älteren Filme. Da hat mich auch so ein bisschen an Film Noir erinnert. Also der Film Noir geht ja fast gar nicht. Habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet gehabt, aber hat mir natürlich sehr gefallen. Ja, ja. Da hast du ja auch beim Film Noir hast du ja auch mal Femme Fatale, dann hast du halt immer Schwarz-Weiß. In der Regel so eben den Erzähler. Meistens ist ja auch irgendwie so eine Rückblende. Hier ist es ja quasi auch. Er sagt uns, naja, es war dann so und so. Also er erzählt auch irgendwie aus einem späteren Zeitpunkt. Aber wir kommen nie zu, oder wir sind nie an diesem späteren Zeitpunkt. Wir steigen ja direkt ein. Das ist häufig auch noch bei Laura, glaube ich, ist das so. Und Dead on Arrival, DOA, der von dem Kameramann von Gilder. Ja, das ist toll, ja. Von Mathe, ja. Wo er auch ist hier, ich wurde umgebracht. Ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte, wie ich umgebracht worden bin. So, ne, wo wir auch. Ja, na gut, aber es ist Film Noir. Das ist hier quasi ausgeklammert, dieser Zeitsprung. Aber es ist meistens nicht immer eine Geschichte eigentlich, die immer negativ endet. Also Film Noir hat doch eigentlich immer einen pessimistischen Weltsicht, oder nicht? Ja, genau. Häufig ist es, oder es ist eben nicht unbedingt so strahlende Helden und wir reiten glücklich in den Sonnenuntergang. Sondern meistens, ja, der Protagonist stirbt meistens oder häufig. Aber das ist, so tief stecke ich jetzt auch wieder nicht drin, dass ich, das passt wieder in den Bereich steile These, gefährliches Halbwissen. Na gut, aber ... Ich mache mir meinen Film Noir, mache ich mir aus den Aspekten, die mir dann passen bei einem Film und dann sage ich, ja, das gehört für mich zum Film Noir, also ist das für mich ein Film Noir. Also, ich habe das mal so, ich weiß nicht, ich habe es mal irgendwo gelesen, das ist sozusagen eine pessimistische Weltsicht, das auch meistens ein negatives Ende hat. Und jetzt natürlich die Frage ist, ob der Film wirklich ein negatives Ende hat, aber da können wir ja nachher noch mehr hinkommen. Was ich jetzt einfach mal sagen möchte, weil das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge und ich habe mich ja zurückgehalten, ich wollte es unbedingt sagen. Der erste Auftritt von Wiederhabers, Querschechicht Gilda. Der Hammer. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich bin ja immer eine Frau, aber erst mal, also mehr Sex geht nicht und hat die schöne Haare. Aber Wahnsinn. Also ich weiß nicht, es wurde auch so schön aufge... Also möchtest du das mal erzählen, wie das aufgebaut wird? Also das, ja. Wellen sagt dann eben so, are you decent, Gilda? Und dann kommt der Schnitt und wir sehen die Leere und dann kommt eben sie hoch aus dem Nichts mit den Haaren, die werden nach hinten geworfen. Schulterfrei. Sie glinzt und hat ein verführerisches Lächeln auf den Lippen und starrt ihren Mann an und sagt, me. Und damit ist sofort alles klar, was in den nächsten, ich weiß nicht mehr, wie lange der Film von da aus noch geht, gesagt werden müsste über diese Frau. Also so eine auf den Punkt Charakterisierung. Sie ist wirklich so, bam, ist sie da. Und sofort alle Blicke auf sich gezogen und Johnny, dem fällt fast die Kinnlade runter, sowohl einfach wie sie da ist, als auch dass sie ist. Und mit diesem einen Blick kann auch er dann schon sofort uns allen erzählen, oh ja, die haben mal irgendeine Geschichte, da ist irgendwas dahinter. Und ich finde es hier, also so beeindruckend wie dieser Auftritt von Rita Hayworth ist, finde ich es auch gleich noch extrem interessant. Ich bin nämlich der Meinung, in dem Dialog, der jetzt folgt, hören wir zwar immer wieder Bellen Fragen stellen oder was sagen, es werden uns aber jeweils nur Gilda oder Johnny gezeigt und Bellen bleibt außerhalb des Bildes. Ja, aber das ist auch die Geschichte des Films. Ja, ich finde es aber, das meine ich eben, ich will einfach damit nur mal die Inszenierung anpreisen, wie ich sie mir, wie ich sie wahrgenommen habe. Vielleicht wird er auch gezeigt, aber ich war dann so, der ist nicht zu sehen. Immer nur von hinten, von der Seite. Nee, also in dieser Begegnungsszene, nur in dieser einen Szene ist er nicht im Bild dann. Er sagt hier, are you decent? Dann sehen wir sie, Mimi. Und danach ist er für den Rest dieses Dreiergesprächs nicht mehr im Bild. Und dann, wenn sie nachher den Zimmer verlassen. Nee, er ist nachher nochmal im Bild, da muss ich nur, doch, nee, nee, der ist nochmal im Bild. Kannst du das hier mal aufschreiben, das können wir nachher nochmal nachdenken. Ja, ja, kann ich gerne machen, aber da gibt es noch diese Szene, also da geht ja dieses ganze hin und her und düdl düdl dü. Und da merkt man ja recht schnell, dass sozusagen die beiden keine Persympathie füreinander hängen. Also ich meine mit den beiden Johnny und Gilda. Ja, für mich ist es auf jeden Fall klar, die kennen sich. Ja, aber versuchen sie aber für Zweifel zu verheimlichen. Neben diesen drei Leuten ist noch ein riesiger Elefant im Raum. Allerdings, also sie versuchen sie zu verheimlichen und dann kommt sie zur Verabschiedung am Ende, wo denn Benin ins Bild kommt und sie umarmt. Ja, aber wie gesagt, das ist sozusagen zum Ende dieser Szene, also während dieses Gesprächs, ab diesem IOD sind und dann reden die die ganze Zeit oder auch er sagt total viel aus dem Off und fragt sie immer was und müssen die Forscher oder sonst wie. Aber ich behaupte, er ist gar nicht zu sehen, vielleicht einmal, aber das, also das können wir auch super gerne nochmal nachgucken, weil wir können auch den Film vielleicht noch zweitens mal gucken. Aber wie gesagt, ich behaupte, er ist eben nicht zu sehen und das, das macht eben für mich aus hier, sofort wird eben der Fokus gleich ganz anders gesetzt von dem, was auf der Tonebene gesagt wird. Das, was uns die Bilder erzählen, dass das eben so schön, was eben, ja, so kann man eben filmen, das ist Film. Wenn du jetzt hier das beim Bügeln nebenbei im Fernsehen laufen hättest, da müssen die immer sagen und bla bla bla. Aber weil du eben nicht hinguckst, sondern nur hörst und das eben so eher als Hörspiel im Hintergrund laufen lässt, kannst du gar nicht wahrnehmen, wie geil das gemacht ist. Und deswegen ist das eben ein Kinofilm, der da eben nochmal x Stufen höher steht mit solchen Inszenierungsmitteln. Okay, das ist ja gut. Wollte ich hinaus. Also ich fand diese Szene unglaublich stark. Ich weiß nicht, ich fand Twitter-Habruss bombastisch, ich fand das war der absolute Wow-Effekt, also diese Szene hat den Wow-Effekt definiert. Ja, vor allem hört das ja auch nicht mehr auf. Also sie trägt wunderschöne, wunderschöne Kleider, sie ist ja diese damalige Mode, noch langärmlich, hochgeschlossen, aber trotzdem unglaublich sexy, immer dieses Funkeln, immer glitzern, immer pompös. Und ich habe Probleme mit Reißverschlüssen. Ja. I have trouble with zippers. Unglaublich. Also wirklich, dann wird am Anfang nochmal dieses Vorgestellte, als schon mal eine andere elegante Frau gezeigt wurde, ja, das ist die Harp hier und das war nur eine Andeutung für das, was so kommen mag. Und, äh, ich finde, alles fand ich ganz, ganz toll. Also ich fand auch Twitter-Habruss eine so wunderschöne Frau, also muss ich ehrlich sagen, also ganz, ganz, und als sie dann, also das war schon der erste Event, und dann kam der zweite, wo ich dachte, yeah, das war natürlich nach der Schwarz-Weiß-Aufnahme, hat die eine Stimme oder was? Hat sie eine Stimme und wie sie mit der Stimme arbeitet, wie er sie einsetzt? Also, Hammer, da hat sie mich gekriegt. Also, da ist es so, oh, ich meine Stimme, dich mag ich. Also, das war echt so ein Ding, wo ich dachte, wow, also, Wahnsinn, diese langsame Art zu reden, dieses ganz stark betonte, dieses, diese leicht tiefe Stimme, also, Wahnsinn, also das, das, das mag ich sehr, sehr gerne. Das ist eine sehr, sehr schöne Artikulation. Also, und ich würde das auf jeden Fall, also, kann ich zustimmen und würde das eben auch noch ausweiten, gerade hier der, der, George McReady, der Darsteller von Bell & Munson, der hat auch eine superschöne, oder, also, muss natürlich so reden, weil es zu seinem Charakter passt, aber er bringt das einfach auch total geil auf den Punkt, finde ich, seine Sprechweise und sein, dieses leicht, ich befehle ständig, auch wenn ich sage, kannst du mir bitte mal helfen oder sowas, also, der immer so einen ganz super Ton drauf hat und der, Glenn Ford auch, also, das ist auch eben, ja, was ich meine, das, was mir so, es ist immer schwer, nicht, nicht so leicht für mich zu sagen, ich müsste jetzt so ein Negativbeispiel bringen, wo irgendwas mal nicht klappt oder so, bei einem anderen Film, um das immer so in Kontrast zu setzen, aber wenn ich so ein Ding sehe, dann denke ich immer, ja, wow, wieso habe ich eigentlich einem anderen Film so viele Punkte gegeben, der hätte er nie verdient, wenn ich jetzt so hoch, so hoch liegt eigentlich die Messlatte. Also, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich ja richtig, dass ich mal einen guten Film vorgelegt habe, Christian, hörst du das? Hast du nicht nur Mist mitgebracht? Wieso, weil es Hedda ist, hattest du beide, war auch gut. Ja, weil den letzten, hier Red Dawn wird mir nie verziehen werden. Genau, das wäre eine gute Sache zum Thema Schauspieler. Also, der 80er ist heute gestorben, heute kommen die 40er. Ja, auch was ich noch sagen möchte in dieser Szene ist, im Casino selbst ist ja immer so ein förmlicher Umgang mit Mr. Farrell, Mr. Farrell, und jetzt kommen wir an, dann so, ja, ich möchte, dass du ihn magst. Mir wurde dann halt Bälle immer zu Gilda sagt, ich möchte, dass du ihn kennenzulernen, ich möchte, dass du ihn magst. Und sieh mal, Johnny hier, Johnny da, ach Johnny, was ist das für ein Name? Oh, Johnny, sondern man ganz schnell vergessen kann. It's not easy to remember, it's hard to remember and so easy to forget oder so. Also, auch wieder eine dieser Dialogzeile, die mir mal halbwegs im Kopf geblieben ist. Davon gibt es eben so viele in diesem Film. Ich denke, wow, Alter, was für Dialoge. Also, hier, Johnny, hier, wie sie das auch mal sagt, Johnny, Johnny. Und dann habe ich so gedacht, wie typisch Mädchen bei Dirty Dancing, wenn Baby Johnny ruft. Und dieses hier, dieses dialisierte Anfang 50er-Filme. Johnny, Johnny, wurde das, wo hat der Regisseur sich damals hingestellt und hat gesagt, Mäuschen, mach's wie Gilda. Das hat mich echt interessiert. Das wäre echt so ein Ding. So wie eben Martin Scorsese von dem Filmschwert. Und Buzz Lerman sagt hier, bei Moulin Rouge sollte Nicole Kidman wie Gilda aussehen mit den Haaren. Und wir konnten das jetzt nicht leisten. Wir haben halt zwölf, äh, Toupets, nee, wie heißt das bei dir vorhin? Also Wick? Nee, das ist Toupet, das ist, nee, Perücken. Also Perücken, genau, zwölf Perücken für sie gehabt. Und damit es auch vielleicht mal ansatzweise so hinkommen könnte. Einfach, weil es für heute, für heute gefällt es ja nicht mehr gemacht wird. Einfach eine Geld- und Zeitfrage ist. Aber ganz ehrlich, so sehr an die Sexsymbole der Fritziger heraus. Meine Frisse. Ja, und mein Gedanke war eben auch, weil du jetzt gerade sagst, so wie eben Dirty Dancing mal einfluss für mich war, noch eine andere Sache war, wenn Gilda auf dem Bett liegt, dann kommt Belle Manson dazu, setzt sich so hin und dann sehen wir seinen Riesenkopf da, unscharf im Vordergrund. Und sie ist erst auf der einen Seite von ihm, dann legt sie sich einmal so noch lang und dann sehen wir hinter ihm und die Kamera fokussiert sie die ganze Zeit. Und da habe ich gedacht, krass, diesen Effekt kannte ich bisher nur von die Reifeprüfung, wo das denn Hoffmann eben so sitzt und dann sind seine Eltern so unscharfen Vordergrund. Und da habe ich gedacht, das ist doch genau die gleiche Einstellung. Also haben auch die wieder diesen Film, wenn die das gesehen oder einer wusste das oder wollte das so, das ist, das ist, so ein Zufall kann nicht sein, dass er es nochmal genau so inszeniert hat, ohne den anderen Film gekannt zu haben. Also das war für mich wieder dieses, daher kommt das. Und wer weiß, wo Gilda vielleicht irgendwo vorher schon mal, der Rudolf Maté oder so, sich dieses Ding vorher schon mal so überlegt haben. Das ist einfach gigantisch. Ich finde es total krass allgemein, also das habe ich ja schon mal gesagt, ich beschäftige mich in letzter Zeit ja ganz viel mit Classic Hollywood und diese ganzen älteren Filme und lerne ja auch unglaublich viele Ikonen so für mich kennen, wo ich denke, natürlich, das sind zu Recht Ikonen, Mann, sind Spielen fantastisch, das ist das Stilmittel von dem und dem und dem. Und es ist gleichzeitig, aber einerseits ist es toll, diese ganz tollen Filme kennenzulernen, die teilweise ja die Jugend hat es dann gar nicht mehr kennt. Das heißt, die Jugend, wir kennen sie doch vorher auch nicht. Wie gesagt, ich kenne die Namen, aber ich habe sie auch nicht gesehen. Aber nichtsdestotrotz, die man, wo man das Gefühl hat, die gehen unter, aber gleichzeitig ist es auch unglaublich deprimierend, sich mit diesen Filmen zu sichten und festzustellen, Gott, die Filme, die ich immer aus meiner Kindheit aus den 80er, 90ern, die haben mich so an diesen alten Filmen bedient, da kommt das also her, ja, da kommt das her, da kommt das her, da kommt das her, haben die denn seit 20 Jahren schon keine neuen Ideen mehr? Also das ist das Problem, was ich in der heutigen Zeit ja schon sehe, weißt du? Das könnte ich ja noch verzeihen, wenn ich sage, die kopieren das halt, ist doch völlig legitim. Viel schlimmer ist, wenn ich dann irgendwie jetzt so an ein oder zwei moderne Filme denke und mir sage, oh ja, ich habe irgendwie so einen Film von vor 50 Jahren gesehen, der ist spritziger, der haut die Dinger noch schneller aus, der ist viel besser inszeniert, der, weißt du, also wie er eben mit der Kamera arbeitet, was ich jetzt eben meinte, wenn sie da auf dem Bett liegt, er scharf, unscharf im Vordergrund ist, wo es ihm darum geht hier, du kennst ihn. Und dann diese andere Szene, wenn sie dann wiederkommen und gerade ihr, wenn sie dann sozusagen anfangen möchte, die Macht zu übernehmen, hier wie ein Schwirm, und dann geht sie zu ihrem Zimmer, steht total im Halbdunkel, du kannst ihr Gesicht überhaupt nicht sehen, also eigentlich so eine Sache, wo du sagen musst, also Schauspielergesicht muss ausgeleuchtet sein und immer gut erkennbar, es soll ja ein Star sein, und da steht sie so im Halbdunkel von der Treppe, ruft noch was runter, dann kommt dieser Kameraschwenk und Belle Manson ist wie so ein Schattenwurf einfach nur, ist einfach nur noch diese Silhouette. Das fand ich auch stark, das fand ich auch stark. Und Johnny sagt auch so zu ihm, du musst mir dann auch mal schwimmen, weil, ja, ich habe ja alles beigebracht, auch schwimmen, ne, wo es so, ja, durch mich hat sie jetzt sozusagen alles gelernt, schwimmen, in großen Anführungszeichen, und wir sind alle das andere Wort, Also den Tag, wo weiß er ja jetzt schon, dass die beiden sich kennen. Ja, also auch diese Szene, einfach dieses, wo ich da so, boah, ich habe ganz kurz überlegt, ist er hier reingeschnitten, und dann, ach nee, jetzt kommt noch mal die Bewegung, und nein, es ist einfach gigantisch. Aber die Szene, die du jetzt gerade angesprochen hast, hier, wie sie auf dem Bett liegt, diese Einstellung, also hast recht, ja, ist ganz klasse gemacht. Ich wusste letztlich, er war dann was ganz anderes denken, habe ich mal kurz auf filmischer Ebene gesagt, das war die erste bedrohliche Szene ihr gegenüber. Das war das erste Mal eine Warnung, dass er meint, du, ich weiß Bescheid, aber komm. Auch da bin ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob am Ende der Szene er sich von ihr das tatsächlich noch hat überzeugen lassen, im Sinne von, nein, nein, das ist alles gut so, weil sie meint ja, sie kennt ihn nicht, und dann, naja, so ein bisschen kennt sie ja wahrscheinlich schon, aber sonst ist alles gut. Und er scheint dann ja doch so irgendwie einzuwilligen, im Sinne von, na, okay, ich glaube nicht. Und ich bin mir auch da nicht so hundertprozentig sicher, nimmt er ihr das völlig ab, oder spielt eben beide auch ihr Spielchen, sie haben in Sicherheit. Und bei ihm kann ich es nicht so hundertprozentig sagen, ihm würde ich dann sagen, der Charakter ist so von ihr besessen, dass er ihr das abnehmen möchte, auf jeden Fall. Aber ob er es ihr wirklich abnimmt, weiß ich ihm auch nicht. Ich finde, das ist auch schwierig, inzuschätzen, wo man in Berlin überhaupt nicht in die Karten gucken kann, von voll bis hinten nicht. Also woran ich jetzt denken musste, das ist jetzt bei mir außerfilmisch, das ist wieder klar, Strasch, Gossip, ja, ich bin da, ist echt dieses, aber ich überlegte, bevor wir geguckt hatten, Rita Hayworth, was verbinde ich persönlich mit Rita Hayworth? Und das Einzige, was ich mit ihr verbinde, ist so sichererweise auch das Coverbild, wie sie halt im schwarzen Kleid, lassiv auf dem Bett liegt, sozusagen mit ihrem roten Haarschopf so zur Seite blickt und dieses Pin-Up-Girl-Foto, dieses Bände, was auch immer wieder auftaucht, wenn du in der Filmgeschichte bist, hier bei den Unbestechlichen, wo es immer, wo sozusagen im Knast immer hier das Bild von Rita Hayworth hängt. Ich weiß, dass die damals sozusagen, als die große, Betty Grable, die große Ikone, das große Sexenbohle der amerikanischen Soldaten hier während des Zweiten Weltkriegs war, ich weiß, und das ist genau dieses eine Bild, bei dieser einen Testbombe, die sozusagen auf Japan abgeworfen wurde, dass dieses Bild, dieses Cover, dieses Pin-Up-Foto direkt auf diese Bombe rauf gemacht wurde und auch das, wo auch ein neumodernen Film hier drin ist, wurde auch nochmals bei Pearl Harbor, was haben wir hier, ich weiß gar nicht, wie lange das wieder her ist, hier mit Ben Affleck und Wurshaw Schaden, der Film, da wurde das ja auch nochmal aufgegriffen, diese ganzen, diese Andeutung auf diese Ikone, was man sozusagen, dass halt dieses Sex, dieses Sex-Symbol, dieser Charakter von, wie der Hayworth bis heute eigentlich wirkt und ich hatte mich eigentlich gefragt, weil diese Bett-Szene so ausgewalzt ist und diese Erotik sozusagen, ohne viel zu zeigen und das wirklich tatsächlich, nochmal eine Betonung ist und eine Erinnerung für das Publikum, auch für das damalige Publikum, Leute, weil für diejenigen, die das noch nicht erkannt haben, die auf den ganzen Zeitungen drauf ist, die auf den ganzen Marzinen drauf ist, die, die eure Männer in die Köpfe verdreht, das ist sie, die diesen Film leitet, die jetzt wisst ihr, wo die Reise hingeht und das war der Gedanke, den ich in diesem Moment hatte, also das wäre echt dieses, das sagt die Model, Mädels seid gewarnt, jetzt wird's heiß, also, 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 die ganze Zeit eben, also, schon ein dieser Satz, I, help me with the zippers, I have trouble with the zippers, also, wie sie dann sagt eben, also diese, ach, die Unschuldige, dieses arme Kleine, dem müssen wir jetzt aber helfen, natürlich, ich mach dir doch gerne den Reißverschluss zu, also auch das sogar quasi als reingeschmuggeltes, wie können wir eigentlich ein bisschen Haut zeigen vielleicht, ohne dass die Zensoren sagen, das geht nicht, er muss ihr doch helfen beim Anziehen oder so, vielleicht, weiß ich natürlich auch nicht so. Aber wie so, nur ihre Beine in die Luft schweben, siehst wie sich ihre Strümpfe ganz langsam anziehen. nicht die Beine, das Bein, also, da Aufnahmen und dann zoomen wir raus und, hallo, wir sind jetzt hier in ihrem Zimmer, sie zieht sich gerade an und das ist Karneval und einfach mal die 150 Prozent Weiblichkeit mehr, mehr geht nicht. Und dann natürlich, ja ganz zum Schluss, wenn sie im Casino noch auftritt und sich ganz langsam noch in einen Ärmel so auszieht und auch das ist so eine Welt, da bin ich nicht hundertprozentig drin, ich hatte mal in irgendeiner Empire mal gelesen, da ging es auch gerade um das Thema Handschuhe und, oder nee, vielleicht EPD Film oder Filmdienst, so das Thema Handschuhe und Etikette und was das zum Beispiel bedeutet, das Ausziehen eines Handschuhs im Film, dass das eben ein Sexsymbol ist, auch einfach, weil die Frau legt das ab, was sonst eben verhüllt ist oder geschützt oder sonst wie. Das hätte ich auch selbst erkannt. Ja, also hier in dem Sinne erkannt, aber das ist auch tatsächlich so, nicht mal jetzt im 20. Jahrhundert oder Mitte des 20. Jahrhunderts, sondern auch vorher bei Hofe oder so, auch durch tatsächlich eben echte Etikette war, was das bedeutet, eben wenn du deinen Handschuh ausgezogen hast oder so, oder natürlich, es gibt ja auch den Federhandschuh und solche Dinge und wie das hier auch einfach so die Spitze getrieben hat. Also ich finde das auch ganz stark, diese gesanglichen Einlagen von ihr. Ich finde sie auch, neben der Tatsache, dass sie wohl eine wunderbare Intonation hat, eine wunderbare Stimme hat, die sie wunderbar einsetzt, hat sie auch eine fantastische Gesangsstimme. Also ich finde, diese ruhige, also es war ja damals, ich sag mal, die 40er, es war ja erst der Ende 40er Jahre, 46. ist der Film, da gab es ja noch diese ruhige, wirklich schleifgespielte Musik und wie sie dann in ihrer sexy Stimme ganz langsam singt und sich dann mit ihren langsamen Bewegungen teilweise biegt, also finde ich ganz, ganz klasse gemacht. Und dieses ein Lied, was sie immer wieder so reinbringt, was auch sozusagen eigentlich die Handlung auch vorgibt und nochmal die Beziehung widerspiegelt zwischen ihr und Johnny, ist dieses put the blame on me und ich habe echt so, das kommt mir so bekannt vor, das kommt mir so bekannt vor, dieses Lied, ich denke so, oh, herkenn ich das, es ist wirklich, bis heute immer drin. Aber ich habe auch erst put the blame on me und man kann das auf jeden Fall verstehen, aber konkret ist es irgendwie Mame oder so, also ein richtiger Frauennamen oder so, weil es irgendwie in dem Lied dann auch um irgendeine Frau tatsächlich geht. Also ich habe auch erst immer verstanden, put the blame on me, put the blame on me und das so, ja, 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 genau, wer ist hier nun eigentlich für dich? Wurde das dann irgendwie mal gecovert, also ich kenne den Film vorher nicht und das Lied kenne ich auf jeden Fall. Mindestens die Melodie kennt man und ja. Also es ging sofort ins Ohr. Es war so eine Mischung aus, also höre ich zum ersten Mal, aber es ist mir schon so vertraut. Wahrscheinlich werden Menschen das erste Mal, weiß ich nicht, wenn sie das erste Mal Psycho sehen oder so, einen Film, den man nie gesehen hat, aber man weiß schon alles ungefähr. Aber da gebe ich auf jeden Fall recht. Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, ob und wie da vielleicht nachvertont worden ist, wenn sie da eben alleine singen vor Pio, vor Onkel Pio, bei den Nachtclub-Szenen. Das kann ich auch nicht einschätzen. Da müssen wir jetzt Christian dabei haben, der auch so mal sagt, naja, beim Dreh wäre das dann so und so gewesen und man müsste ja ein Mikrofon sehen oder so und das müsste dann auch da stehen. Aber nichtsdestotrotz ist das eine hoch beeindruckende Leistung und Hast du das Kleid erkannt? Also ich war gut, das ist jetzt eine Mädchen- Natürlich habe ich es nicht erkannt. Als in dem Extra hier Basel Heubert hat man immer gesagt, ja das ist eben von Jean-Louis das Kleid und das ist jenes und denke ich immer so, ja klar, keine Ahnung, aber ich gebe dir recht, dass die hammer doll aussieht und ich mir vorstellen kann, dass das Make-up, dass das Kostüm-Design hier von Helen Hunt war das glaube ich, ne? Ja, Helen Hunt, ja, definitiv. Die Originale. Ja. Also was da wirklich, was er eben auch sagt hier, dass die Stunts in diesem Film sind eben die Tanzszenen, das ist die Action des Films und wenn du dann eben die Ausstattung, die Kostüme, das Haar, also was da eben geleistet worden ist, das sieht man, die Arbeit hier reingesteckt wird. Ich möchte jetzt schon als Frau nochmal sagen, das Haar ist nicht zu unterschätzen. Das Kleid, dieses schwarze, das tiefe Kleid, dieses, ich sag jetzt mal, mit den Schultern frei, mit diesen langen, schönen Handschuhen, wunder, wunderschön. Eine Kopie, drei Jahre vorher, noch nie bevorzugt. Hast du die schon mal gesehen? Mit Marilyn Monroe? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Wo sie hier, den manchen mögen es heiß, aber hier, kiss on the hand, hier, by him and I girls best friend, was auch nochmal für Mulder-Ruscht damals nochmal aufgegriffen wurde. Das hat damals Marilyn Monroe in diesem Film gezimmert und die hat exakt genau das gleiche Kleid und das ist im Pink. Also das war sozusagen, das hat es ja auch schon gewirkt. Also das ist so, ich dachte so, dass ich das gesehen habe, das kommt dir jetzt echt bekannt vor. Also da muss, also ich möchte die mal nebenan legen, das ist das gleiche Ding. Da haben sie gesagt, das hat da gewirkt, hier wirkt es nochmal. Also das war echt so, ich dachte, geil. Aber gut, jetzt wird es so ein Mädchen vielleicht. Nee, also so wie, weiß ich nicht, wir Männer vielleicht über Waffentypen oder Automarken uns da austauschen können. Was ja auch eben totale Klischeevorstellung ist, so finde ich hier die Kostüme auch enorm beeindruckend. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich liebe ja die Filme der 50er Jahre unglaublich. Also 50er ist eigentlich mein Lieblingsepoche geworden mittlerweile. Und es ist echt dieses, wo ich dann immer denke, ist das ein schönes Kleid? Ist das ein schönes Kleid? Das habe ich irgendwie, weil, also ich kann mich jetzt in der letzten Zeit keinen einzigen Film aus dieser Zeit erinnern nicht gesehen haben, wo ich dachte, das ist kein schönes Kleid. von allen schönen Kleidern. Ich bin hier allein schon dran, denke ich an Grace Kelly und Fettzer zum Hoch. Jedes Mal, die Tür geht auf, was haben wir heute dabei? Oh, ich ziehe mich mal noch kurz um. Ich schlüpfe mal was Bequemes, so ungefähr. Oh ja, also, ach ja, ja, also nichtsdestotrotz, obwohl hier Catherine Hepburn filmet, die hat nicht unbedingt die schönsten Kleider immer. Aber das ist jetzt, ist jetzt gar nicht das Thema. Also auf jeden Fall, warum habe ich jetzt diesen, also ich fand das, das Lied unglaublich eingängig, fand ich, ich fand es total toll. und ich fand das auch so bezeichnend, weil letztendlich, ich weiß ja nicht, vielleicht habe ich das ja auch anders aufgefasst als du. Für mich war es so, von der Handlung her so, sie hat Berlin geheiratet, er dachte wegen des Geldes, das sie erkauft hat, sie war eigentlich, sie hat das Geld eigentlich tatsächlich weniger interessiert, sie wollte eigentlich nur die Nähe zu Johnny haben, meiner Ansicht nach, weil sie in Johnny immer noch verliebt war und ihn wiederhaben wollte. Aber ich glaube nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt von Johnny gewusst hat. Na, das war dann eine glückliche Fügung, aber in dem Moment, also das, das hätte ich in ihrem Blick, also so hätte ich ihren Blick auch gedeutet, als Bellin sie einander vorstellt, dass auch sie kurz völlig von der Rolle ist. Oh Gott, das ist Johnny. Okay, weiter geht's. Na, mal gucken, was ich da auch jetzt mache. aber in dem Moment war die Sache klar, dass Bellin und Gilda nicht alt werden. Das sowieso, aber zum Zeitpunkt der Heirat war Johnny überhaupt nicht dabei. vielleicht hat sie, aber ich hätte das Gefühl gehabt, dass sie ihn jetzt genommen hat, um über Johnny wegzukommen, weil Johnny ihre große Liebe ist und das war natürlich jetzt, naja, das ist Karma. Das hat sie auch gesagt hier, Rebound, Rebound was a bad idea, Rebound from you. Und, ja, das ist sozusagen daraufhin, dass die ganzen viele abzielt, weil jetzt sie ja mit Johnny sozusagen immer zusammengetan wird von Bellin, dass sie halt immer nur, dass sie einfach die Gefühle nicht mehr unterdrücken kann, sie halt, sie versucht es einmal, aber sie möchte ihn eigentlich wieder haben und da aber wiederum Johnny so extrem loyal gegenüber Bellin ist, ist er halt sehr abweisend und umso mehr abweisender er ist, dass er in den Teufelskreis in diesem Film, der sich immer wieder darstellt, ist dann umso mehr versucht, Gilda ihn eifersüchtig zu machen und zieht ihn mit dem Mann los, zieht ihn mit dem Mann los, und zieht ihn mit dem Mann los, während dann Johnny sie deckt, weil sie Angst hat, dass dann Bellin was unternimmt, weil er sie ja doch mag, aber man kann es ja nicht zugeben, eigentlich hasst er sie und eigentlich, das ist auch ganz klar, selten gibt es einen Film, der deutlicher Ich-Liebe-Dich sagt, indem er I hate you sagt, oder I hated her und noch deutlicher konnte man nicht das Hass durch Liebe ersetzen, ja, das war zu offensichtlich und das meine ich eben, das ist doch eigentlich so dermaßen billig billig und platt oder nicht, dass wir sehen sofort zwischen den beiden war was und jetzt kommt Bellin auch noch die ganze Zeit, du musst auf sie aufpassen und bleib an ihr dran und kümmere dich um sie und dass es ihr immer gut geht, so ungefähr und das ist auch eigentlich so, oh ja, richtig billige Seifenoper, oder? Also im Grunde, es könnte doch, es könnte doch so dermaßen gegen den Baum gefahren werden, so eine, es ist doch so total, ach ja, komm. Also in diesem Fall möchte ich dann mal zitieren, was du vor einigen Jahren zu mir gesagt hast, ist jede Geschichte schon mal erzählt, die Frage ist ja, wie man sie erzählt und das ist ja nun mal hier göttlich gemacht, also da ist ja sozusagen dieses einfache Gerüst relativ schnell aufgestockt worden, dass wir uns um diese Frage gar nicht weiter kümmern müssen. Ich fand das auf jeden Fall stark, dass sozusagen sie eine Inszenierung ist, dass sie sozusagen immer weiter eifersüchtig macht, um Johnny zu kriegen, Johnny auch wirklich eifersüchtig ist und das nicht verbergen kann, dass er eifersüchtig ist, umso mehr ist er dann garstig zu ihr, sie möchte aber umso mehr Nähe haben, das Ganze explodiert dann, dann kommen sie endlich zusammen, denn da werden sie vom Bellen erwischt, der sowieso gerade seinen Tod sozusagen fingieren muss, deswegen ist er weg, sie wissen aber nicht, dass es fingiert ist, deswegen leben sie ihr Leben weiter, sie ist die Erbin von allem, er möchte der Chef sein, heiratet sie. Er ist laut Testament der Verwalter. Der Verwalter, aber jetzt heiratet er sie, dann hat er alle verfügungen, sie ist wirklich glücklich, weil sie ihre große Liebe hat und er lässt sie richtig bluten, und er lässt sie richtig bluten, weil er denkt, weißt du, du hast mich damals betrogen, ich habe gesehen, du bist die Bälle betrogen, du wirst dich nie erinnern, du bist eine billige Person, dafür wirst du jetzt leben wie in einem Kloster und die ganze Bände des Eires wird dein Gefängnis sein und lässt sie richtig, richtig leiden. Und deswegen habe ich so gedacht, weil er sozusagen diese ganzen Negativgefühle, auch mit dieses Fremdgehen auf sie projiziert, fand ich es unglaublich passend, dieses Lied, put the blame on me. Und wie sie es immer so singt, weil es ist genau das. Ich wollte nur mal ganz kurz ein, für mich war eben lange nicht klar, wer da nun wen verlassen hat, weil ich fand, bei dem ersten Aufeinandertreffen, wenn Ballin sie eben vorstellt, das wirkte für mich schon so wie, sie ist ganz schön sauer auf Johnny, weil Johnny sie verlassen hatte, ohne dass ich jetzt wüsste, warum oder wie, und deswegen war für mich, das war was, was für mich lange so irgendwie in der Schwebe blieb. Für mich war sofort klar, okay, die stehen beide noch hammer aufeinander und kommen wohl auch irgendwie wieder zusammen und vielleicht endet es tragisch, vielleicht endet es gut für sie, aber mir war eben nie so hundertprozentig klar, wer hat jetzt wen genau verlassen und vor allem warum oder aus welchem möglichen Grund. Also das wird auch nicht gesagt, aber ich habe es mir mal persönlich so hergeleitet, vielleicht ist es auch meine Fantasie, ich weiß es nicht, dass sie einfach so, sie ist einfach mal eine Lebefrau, das heißt, sie möchte Spaß haben, sie möchte mal mit, wenn sie tanzen möchte, möchte sie tanzen, wenn ihr Partner nicht mittanzt, dann macht sie es halt trotzdem und sie ist halt so selbstbewusst, um das zu machen und er ist halt ein recht besitzergreifender Typ und ich habe das Gefühl gehabt, dass sozusagen sie eigentlich die Geschichte, um ihn zu älgern, auch die Geschichte, die die beiden hatten, wiederholt. Das heißt, dass er damals gescreen hatte, sie hat ihn betrogen, was aber gar nicht der Fall war, weil sie halt zum Beispiel damit spielt, mit dieser ganzen Situation und das gleiche macht sie jetzt mit Bellin und da Bellin hat, ist er ja auch unglaublich loyal gleichzeitig drüber, wo ich sogar überlegt hatte, warum ist er ihm eigentlich so loyal gestrickt, das ist ja wirklich so loyal, da habe ich auch so gedacht, ob wir dann vielleicht auch wieder so eine homosexuelle Gefühle mit reinspielen, nach Rope, nachdem wir den gesehen hatten, hier, wie heißt der im Deutschen, ein Leiche zum Dessert, ein Cocktail zum Leiche, ja genau, ein Cocktail zu der Leiche, zu Leiche ein Cocktail. Genau, und wie das da war, wo ich die homosexuelle Entspannung nicht mal erkannt habe, weil ich anscheinend die letzte Nulpe war, bin ich seitdem wirklich sehr hellhörig geworden, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und da würde der G-Stock auch nochmal gut reinpassen, so als Phallus-Symbol, wir beide und noch unser Ding hier. Unser kleiner Freund, das habe ich nicht ausgesagt, Leute, das heißt so, er nennt es auch so, unser kleiner Freund. Also das fand ich halt ganz, ganz stark und da habe ich auch teilweise gefragt, könnte das jetzt wirklich sein, dass da solche Gefühle hier aufkommen, würde das auch dazu passen, dass Berlin immer so, so entfernt wirkt, so kühl, so abseits wirkt und ja, wie ist denn das? Ich würde nochmal kurz ein paar Ecken zurückgehen. Zum einen will ich nochmal sagen, also was ich meinte hier, diese provozierende Frage, von wegen ist das nicht eigentlich ziemlich billig und total unterste Schiene, diese Geschichte und ja, ist sie, aber weil es eben, hast du ja auch gesagt, es ist einfach so gut inszeniert und so toll, dass die haben eben gewusst, was man daraus machen kann, wie man das eben zu einer fesselnden Geschichte macht. Deswegen ist dieser Vorwurf, den ich da so mal anklingen lassen wollte, natürlich auch, kann man schön leicht wegwischen. Das mit der Beziehung zwischen den beiden hatte ich schon gesagt. Ich bin der Meinung, was sie dann macht, wenn sie eben diese ganzen anderen Männer da sich anlacht, zum einen will sie Spaß haben, aber sie macht es eben auf jeden Fall nur, um Johnny eifersüchtig zu machen. Ja, na klar, das ist auch nicht gerade subtil, wenn ich das mal sagen darf. Und jetzt, achso genau, Thema Homosexualität, es wird ja auch ganz am Anfang, sagt er einmal hier, you lead a gay life, auch wenn gay da, glaube ich, noch in der ursprünglicheren Variante ist, ja, wie heißt es lustig, lebensfroh, naja, gay irgendwie noch so ein bisschen, äh, noch im anderen Wortsinn gebraucht worden ist. Aber nichtsdestotrotz hatte ich eben, ja, weil ich eben auch nicht wusste, gerade zu Beginn des Films, wo geht das jetzt eigentlich hin, diese beiden Männer, und warum macht er ihn jetzt hier so zu seinem Sprössling so ungefähr, warum, ist es einfach nur eine Puppe für ihn, die er mal kurz braucht und dann umbringt oder so, oder, äh, lässt sich schon irgendwie nachvollziehen, ja. Ach ja, Mensch, wie ein kracher Film hier ausgepackt. Ähm, was haben wir noch so gut, genau, die Kamera jetzt hier, was haben wir vielleicht noch was in Unerwenden gelassen? Ne, wir machen erstmal, wir machen erstmal die Handlung weiter, bevor wir zu dem Nebentarschein kommen. Ähm, auf jeden Fall, ist sie direkt bei einem des Eieres ihr Gefängnis, was auch wunderbar dargestellt wurde, ist auch dieses, ja, also diese Inszenierung auch, dann versucht sie, dann lässt er sie komplett alleine, sich selbst überlassen und dann versucht sie dann sozusagen, ihr Glück in anderen Männern zu finden und immer kommt, kommt er mit seinen Jungs dazwischen, immer werden die Männer abgeführt, immer werden die Männer mundtot gemacht, sie endet immer alleine, bis sie merkt, die ganze Stadt ist ihr Gefängnis und dann beginnt sie die Flucht nach Montevideo und fangt an im Nachtclub in ihrem wunderschönen Glitzerkleid zu singen und zu tanzen. Das ist auch die erste Szene, wo du sie auch wirklich tanzen siehst und, äh, weil mir das keine Ruhe gelassen hat, hatte ich auch während des Films noch mal kurz geguckt, da musste ich mal kurz was nachschauen, weil ich so da, weil ich ja letztes Mal auch immer so Sing in the Rain geguckt hatte und Fred Astaire von Filmen mir zugelegt hatte und sie ist tatsächlich so, die hat auch mit beiden auch mal getanzt, also das ist, sozusagen hat auch, es ist auch ursprünglich als Tänzerin groß geworden und ich fand diese Sie hat auch ganz schön Absätze an, da in der Sie war auch so leichtfüßig dabei, also mich hat es auch gegründet, dass sie keine Tanzausbildung in der sich gab, sag ich mal ganz ehrlich, nur und das hat mich einfach mal, ja, hat mich einfach geflasht, also ich habe ja diese Sexsymbol, ihre Rolle habe ich ja von Anfang bis Ende wirklich abgenommen und ich fand sie auch nicht unsympathisch dabei, ich fand sie sehr sympathisch und ich fand es auch unglaublich krass, wie sie sich dann halt neu verliebt, neu, ja sozusagen einen reichen Anwalt kennenlernt, der auch sagt, komm, annulier die Ehe zu Johnny, annulier die, dann können wir... Geh zurück, geh zurück vor allem, das ist, du musst zurückgehen, es geht gar nicht anders. Ja. Nee, also ich fand das ja, wo Johnny mit ihr tanzt beim Karneval, den Masken und so, war bei mir so, ja, weißt du noch, was du mir gesagt hast, ja, tanzen und sprechen gleichzeitig ist doof und du konntest nie tanzen und so und dann habe ich mir gedacht, die kann nicht tanzen, echt jetzt? Und dann kommt halt diese Szene nachher, wenn sie in dem Nachklub ist und dann so, ja genau, die kann überhaupt nicht tanzen. Ich wollte aber, glaube ich, kurz irgendwo noch reinschneiden, ach so genau, wenn er ihr sozusagen das Gefängnis präsentiert, wird das, finde ich, eigentlich sehr schön durch dieses Wandgemälde von Bellin dargestellt. Ja. Und das war eigentlich, bei Blade Runner ist das ja so eine Sache, da gefällt mir die, die deutlich bekanntere Version ohne den Off-Sprecher, also wo Harrison Ford nicht im Off noch erzählt, was so los ist, deutlich besser und hier bin ich mit dem Off-Sprecher sehr gut klargekommen über die meiste Zeit. An der Stelle hätte ich, habe ich allerdings das Gefühl, gehabt, hier haben die Bilder mir das gut genug erzählt. Hier hätte ich nicht noch gebraucht zu sagen, dass das mir gesagt wird, ja sie hat das, das war jetzt ihr Gefängnis und sie hat das immer noch nicht verstanden und ö ö ö ö ö. Also da hatte ich mal so kurzen, aber das ist natürlich auch noch auf sehr hohem Niveau und alles, keine Frage, aber da war es das einzige Mal, wo es mir tatsächlich störend aufgefallen ist, der Sprecher. Nö, das hat sich die Empfehlung bei der selber nicht, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber dann, wie gesagt, dann kriegt sie da ihre göttlichen Auftritte noch geschenkt. Also ich glaube, wenn jemand versucht hätte, sie noch stärker in Szenen zu setzen, dann wüsste ich nicht, wie oder was man da noch hätte machen können. Und ich würde auch behaupten, dass zum Beispiel die Eröffnungsszene von Indiana Jones da mit Willie, mit Kate Capshaw so eine quasi Hommage ist. Auf jeden Fall, die hat auch so ein Glitzerkleid an. Also es gibt natürlich mit sehr noch viel mehr solcher Hollywood-Filme, würde ich gar nicht abschreiben und so, aber sowas wirkt auf mich dann immer wie so ein ganz deutliches Echo von diesen Sachen. Ja. Und da singt es hier wie was Amore Mia oder Amore Mio. Amore Mio, ja. Love me forever and let forever start tonight, ne? Ja. Also auch wieder so dermaßen direkt ins Gesicht geschleudert. Hier, Leute. Ja. Lass die Hüllen fallen. Was hast du an dem Moment gedacht, als ihr neuer Mann, der Langford, glaube ich, hieße, sagt, komm, jetzt kriegen wir das hin, dass wir da hier das annullieren lassen. Ich bin ein perfekter Anwalt, ich liebe dich und ich habe auch Geld, dass die perfekte kommen überhaupt, lass uns das machen. Als wir vorm Centenario waren, habe ich so gedacht, nee, das wird auf gar keinen Fall was. Also es war irgendwie schon so, wenn sie jetzt zurückgeht, aber andererseits, okay, er ist Anwalt. Also ich habe auch so gedacht, okay, er ist Anwalt, er wird sich schon auskennen mit diesem Scheidungskram und wahrscheinlich ist es schon irgendwie richtig hier, Johnny ist nach der Hochzeit sofort sozusagen weg gewesen und warum sollte es nicht klappen, sich scheiden zu lassen? Und dann war es so wie das, Centenario, nee, irgendwas ist jetzt hier auch wieder im Busch, ist doch völlig klar und dann geht halt die Tür auf und so wie das inszeniert ist, wie sie auch sagt, hier irgendwo ist der Lichtschalter, war für mich schon klar, okay, wenn jetzt das Licht da geht, kommt irgendwie so, tada, Überraschung im negativen Sinne und so ist es ja dann auch und Johnny sitzt halt so James-Bond-Bösewicht-mäßig da, hallo, ich habe mich erwartet. Ah nee, das ist aus dem Power, ne? Langford, sie können jetzt gehen, danke, so alles klar, klasse, sag mal. Ja, schicht blöde Strohmänner, ne? Aber dafür dann auch wieder eine geile Szene, die sie da spielen, wie sie da zusammenrechnen. Naja, wie gesagt, ich will jetzt trotzdem, ich will trotzdem eine Annulation, ich möchte trotzdem die Annulation, ich will trotzdem und er so ganz keister steht und ganz kühn und sagt, ja, ja, in Brasilien gibt es keine Annulierung, das geht nicht, in Argentinien gibt es keine Annulierung der Ehe, es gibt sich, doch, ich gehe jetzt trotzdem, nein, bitte lass mich frei, lass mich frei, lass mich frei, lass mich frei und sie an ihm langsam runtersinkt unter Verzweiflung und weinend, bettelnd, lass mich frei und er, da steht da, er hat seinen Triumph, sie ist am Boden, er lächelt und sagt, doch, schlag mir so ganz kurz sieht man einfach richtig doll das Glinsen auf seinem Gesicht, wo ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob er einfach wegen der Szene, wie sie sie spielen gerade das ist oder ob das eben nur die Rolle des Johnny ist, der gerade einmal diesen Genuss über sie auskostet, aber genau, ich hilf mal ganz kurz zurück zu der, zu der Hochzeit der beiden, wenn dann eben Manzen, also Bellen vermuteterweise tot ist und dann kommt ihm der Schnitt von draußen, es regnet total, wir sehen durch das Fenster hinein, wie sie eben gerade heiraten, sie noch in Trauerkleidung, mit Witwen verhangen da und alles und ich bin mir schon gar nicht sicher, war das mit Schnitt oder sehen wir die ganze Zeit von draußen, es ist eine Kamerafahrt und dann sind sie voll Tür und dann hat es halt aufgehört zu regnen und hey, es hat aufgehört zu regnen und so, ja vielleicht bedeutet das was, ich habe so gedacht, wow, wie geil ist das auch wieder erzählt, wir kriegen den Regen dadurch verdeutlicht, wir sehen den Regen einmal, dann kommt sie raus und ja klar, es ist halt kein Regen mehr da und das wird dann eben auch auf erzählerischer Ebene wieder aufgegriffen, denn wir haben ja eben die Dame, die an das übersinnliche glaubt, was für mich übrigens ganz lange auch dazu geführt hat, dass ich dachte, okay, dieser Film wird richtig tragisch enden und da wird nochmal die große Keule ausgepackt, aber weit gefehlt, es endet mit einem quasi, Verbrechen lohnt sich nicht, steht zu deiner Liebe und dann geht es dir quasi gut. Ich finde das auch so krass, lass uns mal zu den Szenen zurückkommen mit der Trauerkleidung, mal abgesehen davon, dass beide ja auch noch rauskommen und beide auch noch lachen, also er lacht ja in diesem Moment auch, jetzt habe ich mal ehrlich was gesagt, ich habe gedacht, ich bin ein Pessimist in dem Moment, weil ich dachte so, mit dem Kopf, beide lebt ja, jetzt kriegt er mit, dass er verraten wurde, weil er die beiden noch einen Plagandier erwischt hat, ich habe gedacht, die werden erschossen, weil die Tür auf der Film ist zu Ende, das war so mein Gedanke, oh jetzt kommen sie beide raus, nicht weg und buff, In der Hinsicht fand ich den Payoff für sie ja, also klar, wenn Bellen dann nochmal den Auftritt hat, wenn er wiederkommt, das ist natürlich schon so, aber irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, weil immer wieder kam, ja sie ist superstitious und hier den Toast, den will sie nicht sagen und der Polizist verunsichert sie auch noch total damit, dann hört sie auf zu spielen an dem Moment am Tisch, wenn er das zu ihr sagt, na wenn sie anstoßen wollen am Tisch zu dritt und das hier ist, äh, äh, wie heißt das, dedicated to the ranch oder was sie da sagen, ach so, nee, aber das war eben auch so, er hat doch, er hat doch, also Bellen hat doch gesagt, äh, wir widmen es der Dame, Disaster to the ranch, sowas, ja, er hat gesagt, ja hier, wir widmen, ich habe das so verstanden, wir widmen, wir danken der Dame, die Johnny sozusagen, äh, so das Herz gebrochen hat, dass er hier ist und sie hat, und sie fühlte sich mit der Möchte nicht auf Anschluss nach dem Moment, darauf hat er ja erkannt, aber es ist auch, aber glaube, finde ich so mit drin, ja, wer hätte gedacht, sie darauf anschließen könnte, Disaster zu dir. das ist für sich selbst, sie ist Disaster, ist ja super. Ja, aber dann eben auch mit dem, mit dem Karneval, wo sie das ja auch wieder sagt, so und sie glaubt, auch für sie ist jetzt eben Karneval, jetzt kommt gleich hier Penance und, und, äh, das Käse und was nicht alles und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, naja, das muss ja richtig tragisches Ende finden, dann irgendwie, ob nun Johnny erschossen wird, während sie sich gerade die Liebe gestanden haben oder so oder weiß ich nicht und natürlich ist dann eben, wir wissen, Berlin kommt wieder, aber, naja, es ist dann tatsächlich ja doch verhältnismäßig ein Happy End. Du, ich war, ich habe dann, die Polizei gewinnt, oder die, die Polizei stellt Recht und Ordnung her oder wird Recht und Ordnung herstellen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Berlin wiederkommt und dann, äh, ich habe gedacht, oh komm, ich habe die Sache durch, ne, deswegen war ich tatsächlich überrascht, als er wiederkam, weil ich dachte, der Film ist zu Ende, oh, jetzt kommt der doch noch mal hier, der Vorhang will nicht fallen, also das war ich dieses, Das war schon klar, dass der wiederkommt, aber also, und leider war dann für mich eben auch klar, ach so, ne, ja, wie, was jetzt passieren wird, ja, das war leider zu deutlich, weil, welche Personen sind gerade anwesend und, äh, jetzt muss er auch extra noch die Waffe benutzen statt diesen Stock und so und da war dann leider minimal der Spannungsaufbau nicht ganz erfolgreich für mich, aber, kann ich locker drüber hinwegsehen für die, für den tollen Film, der erst bis dahin gewesen ist und macht das ja auch nicht kaputt oder so. Ich fand die Rolle des Polizisten, den du jetzt auch angesprochen hast, auch ziemlich cool, der kommt immer wieder aus dem Nichts, weißt du, wie er, wie er große Klugscheißer und die Winke, ne, mit dem Grinsen. Supergeile Sprüche dabei, was glauben sie, warum wir hier das Casino laufen lassen, ne, wer will denn die kleinen Fische, wenn man die großen Haie klingeln, kriegen können und so. Ja, ich hab's geobachtet, sie haben ja, ich hab's ja auch beobachtet, ja, sie trinken nicht, sie spielen nicht, was machen sie eigentlich hier, ja, ja, es ist lustig hier, jetzt muss ich ja auch schön, so, also dieses, ja, den fand ich auch ganz, ganz toll gemacht und ich fand das auch, ich muss auch, der Witz zum Schluss, wie er nochmal reingeschrieben wird zum Ende, als sozusagen der, äh, Balland tot ist und der ist ausgegangen, der Polizist sieht, dass da ja keiner ermordet wurde und dann kommt er mit dem Satz, ja, sie haben mir zwar den, äh, den Code gegeben für den, für den Safe, aber ich weiß nicht, weil das Safe ist, was die ganze Trauer irgendwie wieder aufmundert, ne, dieses, ja, dieses Mod, ja, aber sagen sie mal, was Safe ist, ach, der ist in der Bild, ach so, okay, mh, dann haben wir das ja erklärt, dann, fahrt mal schön nach Hause, Jungs, oder ihr beiden, ihr Pärchen, fahrt mal nach Hause, Onkel Pio, ja, weiß ich gar nicht, hast du jetzt eigentlich noch einen Job, wenn das Casino jetzt zugemacht? Ja, er hat meinen Job, er ist der Letzte, der geht, aber ich fand es auch stark, zum Beispiel, diese ganze Liebesdynamik, auch in dieser Stelle mal was zum Ende hin, wo du jetzt meinst, oh, es steht zu deiner Liebe, kommt wieder zusammen, diese ganze Liebesdynamik, die wird überhaupt nur in Gang gesetzt, weil der Polizist, der die ganze Zeit, ich hab mal hier ein kleines Oberspiel, ohne um, der geht um die Ecke geguckt, einfach mal sich ein Herz fasst und zu Faro geht und sagt, der Mensch, die hat es doch nur vorgespielt, die hat nie was gemacht, nie, sie wollte dich nur, eine Naht hat sich nur nach einer Lasse rumgeführt und du bist so drauf angesprungen, wo er dann merkt, ah, sie liebt mich doch, ich liebe sie doch, wo er sich jetzt eingestehen kann, ich liebe sie auch und das ist der einzige Grund, weil Faro, dass er dachte, sie ist billig, dass er dann sagt, oh du, ich möchte mit dir kommen, also dieses, wie fandest du denn das, sozusagen dieser starke Mann, der aus dem Nichts sozusagen zum Kartellführer geworden ist, dann ist seine Liebe angekommen, kommt und sagt, du, ich hab gehört, du gehst, ich wollte mich verabschieden, aber nimmst du mich mit, also wie hast du das jetzt empfunden? Also ich finde diese Szene, wenn der Polizist das zu ihm sagt, ungeheuer komisch, weil es natürlich das ist, was für die romantischen Komödien heutzutage immer dieses, ah, sie gehören zusammen und nach einer Stunde sind sie irgendwie auseinandergebracht wegen irgendeinem Missverständnis und irgendeiner muss jetzt dieses Missverständnis aufklären und hier macht das ein Polizist, der ihm sagt, nein, sie war immer, sie hat mit den Leuten nie was gehabt und dadurch, dass der Polizist da sagt, weiß sie natürlich, Johnny, wir haben sie die ganze Zeit beschatten lassen, wir haben jeden Schritt von ihr verfolgt, wir wissen genau, was sie gemacht hat und was sie nicht gemacht hat, glaube mir, was eigentlich so absurd Komik, absurde Komik für mich darstellt, so dieses, die Polizei, dein Freund und Helfer in diesem Fall, dadurch, dass wir sie haben überwachen lassen und natürlich die Geschichte in diesem Punkt dann wieder voranbringen und ja, so wie er eben seinen Triumph quasi ausgekostet hat, aber auch gemerkt hat, ohne sie kann er aber auch nicht und wenn sie jetzt wirklich geht und weg ist, was hat er denn dann noch? Der hat die ganze Zeit diesen scheiß Polizisten, der ihn nervt und dieses Ganze, er ist sicherlich froh, dass er so viel Geld wie Heu hat, aber sonst ist... Er hat das überhaupt verhalten, sowas alles von der, vom Staatzeugen einkastiert wurde, beschlagnahmt wurde. Er weiß ja, wie man sein Glück, wie man das Glück macht. Aber ich fand sowieso, dass der Polizist auch den letzten Witz gekriegt hat, hier mit diesem, wo dann sozusagen Onkel Pio und Johnny sich hin und her schieben, ja, wer den tatsächlich umgebracht hat, den Bellen, das ist, wie dann auf einmal der Polizist kommt, ach ja, ist ja schön, dieser Helmut, ist ja schön, dass ihr euch dagegen sagt, ich das verschieben wollt, aber ganz ehrlich, der hat vor drei Monaten Selbstmord begangen, entschuldigt mal, der ist schon tot, das ist jetzt auch egal. Auch das ist nochmal so die Pointe bei Onkel Pio, like a gentleman, ja genau, Mr. Peasant. Er ist der Gentleman, er ist total gut, er war das nicht, nein, nein, er hat ihn nicht umgebracht. Ja, von dieser Nassatz auch, wie der Polizist dann auch geht, und selbst wenn, manchmal in Notfall kann man auch mal. Justifiable Homicide. das wäre auch geil gewesen, also jetzt komm, mach dir wirklich keine Gedanken, so oder so bist du auch safe. Das müssen wir doch schnell wegschreiben, eure Bedenken, alles ist gut. Nicht, dass ihr denkt, der Mord hier war schlecht, ihr habt immer einen Bösen umgebracht. Schön in den Rücken vor allem auch. Das ist ja auch, die Leute, die sterben, die trifft es auch wirklich richtig hart, kann es sein? Ich überlege gerade, Wird einer in die Schläfe gestochen, oder was war das? Genau, den einen hat er abgestochen, dann wird er selbst abgestochen, und dann vor allem ja noch der, der immer sie 2000 Pesos kriegt, über die, über die Roulette-Runde. Aber der schießt sich ja selber. Ja, aber auch das. Das siehst du ja gar nicht. Auch das wieder, das, mit dem Hays Code da, das zeigen, oder können wir nicht zeigen, also müssen wir das drumrum schreiben und so, und was können wir da überhaupt bringen? Das ist selbst umgebracht. Ach, dieser Mann. Auch das, das fällt mir auch gar nicht ein, das sind so viele, finde ich, Charaktergesichte. Also es sind jetzt nicht, dass ich zweimal, dass ich das Problem haben könnte, oh, die beiden sehen sich aber sehr ähnlich, wer ist jetzt eigentlich wer? alle sind soweit eben durch Charakterzüge oder durch Make-up und, und anziehen und so auseinandergehalten, dass man immer sofort weiß, ach der, ja der, genau, das ist der von vorhin und so und so. Oder hast du irgendwie dieses Problem? Nee, also ich fand ich auch, also war gut, wäre für mich ähnlich, das waren die beiden Deutschen, aber das war ja dann auch egal, ob man die verwechselt hat oder nicht. Absichtlich, genau. Also minimal vielleicht der eine Coupier halt hier beim Roulette und der eine Polizist. Ja, das wollte ich dir, ich weiß, was du meinst, aber das hat man recht schnell gemerkt, ja. Was ich auch ganz stark fand, war die Rolle von Onkel Pio, die fand ich auch sehr angenehm und der war auch immer so sehr, es ist, er hat auch gut in den Screwball-Chammy-Liege gepasst. comic relief, schön unterwegs. Hattest du eigentlich das Gefühl gehabt, dass er eigentlich von Anfang an immer sagen wollte, Mäuschen, du und die, die junge, die kleine Frau und du, ihr beide gehört zusammen, ihr beide gehört zusammen und er wollte ihm, wollte er eigentlich die ganze Zeit hinstutzen, ihr beide habt euch lieb, ihr liebt euch, ihr liebt euch und immer dieses, wenn er ihn zur Seite genommen hat, hier und da und die junge Frau, junger Mann, junge Amerikanerin, junge Amerikaner und hier und da und hattest du das Gefühl, dass da die ganze Zeit die Richtung ging? Also ich musste da ganz kurz irgendwie an mein entferntes, verschüttetes Wissen zum Thema glichische Tragödien denken, wo immer der Core, der die Situation kommentiert und da habe ich so gedacht, ja, er ist ja auch diese Core-Funktion. Ach, ist das, also er sagt das ja auch, das sind diese herrlich, herrlichen Metasätze in diesem Film, so dieses, oh, isn't it fun to watch oder so or this will going to be fun to watch oder irgendwie sowas sagt er, was jetzt sich so entwickeln wird hier, da freuen wir uns, aber dass wir das uns angucken können, aber er ist auf jeden Fall einer, der den Johnny auch immer so pie sagt und natürlich damit aufzieht, so ach komm Johnny, auch wenn Gildas sagt, die Gildas ist, die dann sagt hier, who are you kidding now Johnny und so kann man auch sagen, ach komm Johnny, mach mir doch nichts vor, ich weiß alles und es ist völlig klar, was hier zwischen euch abgeht und auch wir Zuschauer wissen das schon und deswegen sind wir auch sehr gespannt, was jetzt in der nächsten Stunde hier noch alles so sich entwickeln wird, ja, aber auch diese Rolle, die hätte so leicht total platt sein können und ich finde, die funktioniert auch super, einfach mit durch den Schauspieler eben und ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, Onkel Pio hat, bleibt auch ein wenig im Gedächtnis dadurch. Genau, wo ich aber vor allem, am Anfang immer gedacht, er ist ein Friseur, weil er auch diesen Friseurküttel ja genau, ich hätte ihn so als Barbier, als Job, den sie heute wahrscheinlich auch wegrationalisiert haben, weil es einfach ein Kostenfaktor ist, der aber irgendwie nicht mehr so quasi benötigt wird da an der Stelle oder so, weiß ich nicht. Ja, genau, ein Job, den es heute so, vielleicht, ja, das ist das, was dann irgendwie als eine Art Hausmeister ist, ist er ja auch nicht so richtig, aber einer, der eben darauf achtet, auf die Toilette und die Etikette und alles, das gibt es ja heute nicht mehr so oder vielleicht treiben wir uns auch einfach nicht an diesen Ort noch rum, in den Casinos von Buenos Aires. Tatsächlich habe ich, ich kann mich nicht erzählen, dass ich bewusst mal einen Film gesehen hatte, der tatsächlich, abgesehen von Evita, die Musical, in Buenos Aires spielt. Ich bin zumindest nicht bewusst. Ja, Filme, die in Buenos Aires spielen. Ja. Ja, vielleicht irgendeiner von den James-Bond-Mann-Agentinen, aber ja, nö, wüsste ich jetzt auch schon auch nicht. Nö, also das ist ja tatsächlich, ähm, ja, also das, das, daran musste ich teilweise denken, gerade weil es die einzige Assoziation war, diese Evita-Sachen, auch von der Kulisse her, aber letztendlich, ähm, fand ich es auch stark zu sehen. Also mich hat, mich hat auf jeden Fall Rita Hayworth begeistert, mich hat Glenn Ford begeistert, die anderen Schauspieler kannte ich persönlich nicht. Ähm, ich fände es auch krass, dass man auch mit Kostümen, wo die auch wirklich langärmlich sind, lange Beine, langärmlich, dass man da auch toll, diese sexy Outfitte rausholen kann und jetzt nicht so wie heutzutage, wo man so weniger mehr ist, sondern das ist genau umgekehrt und kannst du jetzt verstehen, warum Rita Hayworth sozusagen als die Liebesgöttin der 40er, 50er Jahre gehandelt wird? Also wenn, äh, mit diesem Film auf jeden Fall, klar, also, ich weiß nicht, Marilyn Monroe war davor und währenddessen und danach noch so. Ja, das ist von diesen beiden nicht weit auseinander, das ist ein Parallel, ne? Also es gibt ja natürlich mehrere, die sie da zu Stars so aufgebaut haben, weil auch mehrere Studios, aber es ist, also, ich meine es auch, ich sage mal, Marilyn Monroe und Rita Hayworth, die bedienen ja auch unterschiedliche Typen, ne? Also, Ne, aber, äh, völlig klar, ja. Da gibt's nicht den Hauch eines Zweifels. Also, wer danach nicht wenigstens einmal gedacht hat, Mensch, die Rita Hayworth, die muss ich mal kennenlernen oder treffen, äh, den weiß ich auch nicht. Ich hab die ganze Zeit so gedacht, Mensch, die war ja zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, mit Orson Welles verheiratet, äh, Citizen Kane und ich hab die ganze Zeit so gedacht, ja, ich hab die ganze Zeit so versucht, die von meinem irren Auge so zusammenzufügen, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, wie die zusammen aussehen und da habe ich gesagt, irgendwie passt das, passt das nicht? Ist die nicht zu heiß für ihn? Also, ich weiß nicht, es war so dieses, ja, hm, komische Sache. Und dann hatte ich, weil dieses, was ich auch letztens schon dir erzählt hatte, ähm, ich hatte ja vor kurzem jetzt eine Dokumentation geguckt über das Leben von Grace Kelly, ne, oder Grazia Patrizia von Monaco, je nachdem, in welcher Lebensphase man sich kennengelernt hat. und, äh, hatte diese Zuge dessen auch noch hier die schönen Filme gesichtet, hier die oberen 10.000 und über den Dächern von Nizza und, äh, überall, wenn man sozusagen auch die Kommentare hört, dann wird immer gleich gesagt, so, sie ist die Prinzessin, äh, sozusagen aus Hollywood und letztendlich die allererste, die ja eine Prinzessin ist, was aber nicht stimmt. Denn tatsächlich ist Rita Harris die einst, die allererste Hollywood-Ikone gewesen, die einen Prinzen geheiratet hat, den Prinz Ali Khan damals, in der zweiten Ehe und ist wirklich als offiziell die erste Prinzessin damals, äh, bekannt geworden hat, hatte vor einigen Jahren dadurch die, äh, Schauspielkunst an den Nagel gehängt. Ähm, also ich hab, ich hab dadurch diese glamouröse Kleider mit diesem schönen Funkeln, hab ich also gedacht, ja, du bist wirklich eine Prinzessin, du bist ein Star, du bist eine Ikone, dich kann ich mir wirklich als Prinzessin oder als Königin vorstellen. Das war dieses, eine Nicht-Liebesgöttin, ich fand sie wirklich ja auch nicht billig in ihrer Art, sie wirkte einfach, ist ikonenhaft, also so richtig stilvoll. Ich find zum Beispiel, ich find, ohne jetzt jemandem nahezurenen zu wollen, wie ich zum Beispiel mir am Le Monde wurde, du hast gerade reingeworfen, du sagst, ich finde, bei Le Monde hat immer sowas Billiges, was vielleicht Mädchen, also das ist leicht zu haben. Oder in meiner Vorstellung, ich kenne ja auch längst nicht alle Filme mit ihr, aber ja. Ja, ja, den Film, das ist ja vielleicht was anderes, aber so von, so von der Art, wie sie auch präsentiert wird, sie wirkt da schon recht, wie ein leichtes Mädchen teilweise. Und ich fand die Ausstrahlung von Rita Hayworth nicht so. Und ich fand, die war auch, wirkte sexy, aber auch jetzt nicht als Wersel für jeden und leicht zu haben. Den Eindruck hatte ich persönlich nicht. Also. Nee, also ich glaube, wenn Rita Hayworth bis zu diesem Zeitpunkt, oder bis zum Zeitpunkt dieses Films noch nicht der große Star war, spätestens danach musste sie ein Megastar sein. Also mit diesem Auftritt, mit dieser Inszenierung, wie sie in Szene gesetzt wird, also das musste er. Wenn sie danach keinen Film mehr gemacht hätte, dann hätte ich nicht verstanden, und wieso. Es sei denn, sie hätten gesagt, das war zu anruhigig und deswegen hätte sie nichts mehr spielen dürfen. Aber ja. Also was ich jetzt gerade lustig finde, ich habe mir am Anfang gesagt, dass ich das erste Mal auf den Namen Gilda gestoßen bin in der Biografie von Andrew Hepburn, weil sie ja am Broadway immer Gilda gespielt hat über mehrere Jahre. Jetzt muss ich an dieser Stelle ehrlich sagen, da war ja damals gewonnen, dass sie halt die Rolle nicht als im Film auch aufgegriffen hat. Kannst du dir Audrey Hepburn in dieser Rolle vorstellen? Ich mache das mal wie Christian. Ja, da könnte man jetzt stundenlang drüber diskutieren, wer und wer nicht. Jetzt ist Gilda für mich jetzt eingebrannt als Rita Hayworth. Da passt ja jetzt gar nichts anderes mehr rein. Okay. Ich habe gesagt, nee, das ist ganz anders. Für mich Frühstück bei Tiffany ist so ein Punkt. Ja, da habe ich das bessere Film. Ja, aber also für mich halt, mehr habe ich von ihr auch noch nicht so großartig gesehen. Na, wie auch immer, also ich kann nur eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen für diesen Film. Das kann ich natürlich auch bloß. Ich meine, hallo, also Gilda ist wirklich ein, nicht mal ein Geheimtipp, das ist einfach ein Film, den man sehen sein muss. kann ich verstehen oder ich kann nur nachvollziehen, warum der auch irgendwie so in irgendwelchen Listen immer mal auftaucht oder so, warum der nicht quasi untergegangen ist oder mit dem Vergessen belegt worden ist, wie es natürlich viele, viele andere Filme trifft, treffen muss. Ist auch eine schöne Liebesgeschichte für Männer, ne? Du, ich war fasziniert von dem Film. Ja, habe ich gemerkt. Nee, aber was war das, dass du so von der Inszenierung herst, die wirklich, habe ich das Gefühl gehabt, ging es auch sehr ans männliche Publikum und das ist ja nicht so ein Nachteil, ne? Das ist für die Dramenschöpfung gibt es ja genug andere Sachen. Ja, ich würde sagen, damit haben wir es oder hast du noch einen Punkt, der jetzt gerade nochmal in den Sinn kommt? Ich glaube, uns fällt beiden nach der Aufnahme und den nächsten Tagen noch genug ein, aber ich glaube, wir haben jetzt auch schon gut, sind gut losgeworden, was wir so von dem Film halten und warum wir das so sehen, wie wir es sehen. Ja, ich muss an dieser Stelle sagen, ich hätte ja von vornherein gesagt, am Anfang zum Intro, ich habe noch nie einen Film von Reed Harris und Glenn Ford gesehen, ich kann nur sagen, check gerne wieder. Aber es hat sich gelohnt, der Kauf hat sich gelohnt auch. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, guckt Filme, habt Spaß dabei, bis zur nächsten Folge, die irgendwann dann kommen wird. Wir wissen auch noch nicht, wann und wie wir diese Folge hier veröffentlichen werden, aber wir lassen uns mal überraschen, mal gucken, was so passiert. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, hat Spaß gemacht. Ja. War interessant, auch mal so ein zweites machen. Ja, ihr könnt uns natürlich bei Facebook schreiben, bei Twitter und auf wiederaufführung.de könnt ihr natürlich auch gerne Kommentare hinterlassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.